ok welt betreten aktualisieren kannst nur mit den wetten verwenden die von einem steam freund gehostet werden muss die dann versuch mal mir über steam zu join also spiel beitreten wenn auf meinen namen gehst versuch das mal vielleicht sollte ich mich auch online zeigen vielleicht ist das du bist geübt im gefressen wird nicht frech hartbraten wird nicht frech da ist das passwort moment lasst mich mal kurz hier auf geht gleich weiter so es ist ein wunderschönes passwort was du dir übrigens ausgedacht hast ich habe gedacht es passt die zahl am ende ist aber richtig das ist ja ja ich habe gedacht dass wir eine zahl drin haben okay ich glaube es ist wieder weg jetzt heißt kann ich wieder auf so so wenn keiner von euch beiden eine claustrophobie hat soll das kurzzeitig akzeptabel sein auch ich kuschel erst warst du bei mir im boden vom floß dann bist du über mir geschwebt geschwoben jetzt stehst du neben mir und da kannst du kannst du zwischen frau und typ wählen mehr nicht wie ziehe ich das jetzt wieder linke maustaste wenn du nichts am haken hast kannst du rechte dann ziehst du wieder instant ein das ist überhaupt nicht merkwürdig ach so moment kann ich dich ziehen kann ich nicht ich dachte ich kann dich mit dem haken was mich am haken die haken so ich sorge mal dafür dass wir erst ein speer haben das wäre immun gegen wie heißt unser high jetzt heino heino meins wie komme ich denn eigentlich sonst crafting menü hier das ist wegschmeißen okay zu wissen stech dich ab kann ich dich schieben nein ich laufe durch die hier ein cent danke für den cent hack braten ja dankeschön auch ebenfalls also mit ihm machst du dein inventar auf und da craft von da auf craftest du auch alles so ein holzsperr wäre schon wirklich geil kann ich noch nicht brauche mehr planken und seil alter brauche ich dafür viel wie viel hast du denn bitte schon eingesammelt dass du schon einen hast das ist schnell wenn du so eine tonne die immer angelt dann merkst du mal wie viel da drin ist ja du nimmst mir alles weg hier an tonne boing und dann du kannst auch zum beispiel wenn du zum beispiel seil brauchst kannst mit der maus auf das seil beim herstellen und dann stellst du es so her dann musst du dich nicht immer durch die ganzen unter menüs klicken so wie der da meins auch mehr planken außerdem wir überleben hier gemeinsam es gibt kein dein und mein meins alles meins sagt das dem typen mit dem speer also scheiße spiele es jetzt beide ja der clips hat sie hat es endlich gesponsert und das ist meine hälfte des bootes und das ist deine hälfte des bootes meine hälfte die zwei blöcke aus scheiße mit der heide rein weiß das ist eigentlich steht bei mir jetzt eigentlich in die oder die leber die steht in die ok da steht über dir also es ist halt wirklich der der bündner 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 wie im moment wie wie kann ich hier die umlegen ja bitte also auf zwei mich da schnell hinkommen ich brauche dann brauchte das schon jetzt gerade ein bisschen ja das ist manchmal ein bisschen fummelig naja so ich habe schon mal ein hammer den brauchen wir ja auch jetzt können wir nämlich das fundament erweitern wenn wir holz haben oder ist schon eine insel ja aber wir haben keinen anker so können wir dann nur schnell einmal vielleicht drauf warum nicht nur und ich habe ich habe noch keine axt weil ich noch keinen stein habe ach so ja gut okay habe ich auch nicht stein damit man da ja damit du dir so eine stein axt machen kannst das was wir da jetzt kriegen ist eigentlich von relativ wenig use über die farbzeug aber ich gehe mal kurz das ist ja cool du schwimmst richtig ich hole mir nur das was hier unter wasser ist schnell das solch ist wichtig genau über die jetzt für mich weg möchte bitte wieder drauf und und wenn ich irgendwas mit dem stoff wo ist das oh shit ne der heil war aber jetzt gerade irgendwie acht da ist der penner der kommt das ist ein anderes raft ja ich gleich mal hin kann ich eigentlich unter wasser pieten ja du kannst den speer unter wasser zum verteidigen benutzen manchmal interessiert sie nur irgendwie nicht wo ist er wo ist er naja ist er okay stopp oh fuck warte ich versuche ich mal abzulenken mit meiner existenz jetzt ist er weg in the shadows okay warte er ist hier bei mir also du kannst dich hier bedienen ich hier trolle ihn hier was haben wir denn hier schrott rolle planke schrott palzen okay aber sonst kann ich hiermit nichts machen es sinkt es geht unter wo bist du denn jetzt hier hier ist glaube ich bei der zwischenzeit bisher auf den chat achten oder es geht so ich glaube es geht wie hallo was er denn ich habe in den kann hat mich gebissen aber was ich war so auf das stück brett komm aufs brett dein delphin was hat er denn oh mein gott was denn was denn was denn der hei hat gerade gedacht er wäre wahrscheinlich ne barbie ein dreh zum pirouppen was denn oh mein gott was denn hast du das nicht gesehen nö ich war damit beschäftigt immer unter wasser zu klugern weil ich das mit dem schwimmen noch nicht so wirklich raus hab eigentlich kannst du dich ganz normal hoch und runter bewegen gott wenn man oh mein gott ich glaube der ist high ich glaube auch wir müssen jetzt langsam mal so uns dafür sorgen dass wir irgendwie wasser und flüssigkeit bekommen ja warte mal dafür brauchen wir vielleicht erstmal ein klein bisschen platz warte mal also wenn du auch fundament und alles bauen willst brauchst du einen hammer den versuche ich ja zu bauen aber ich brauche dafür seil und das ist grad bei mir ein bisschen so was hast du hingebaut ich hab du dich mal ein bisschen breiter gemacht und dann gucke ich mal dass wir so langsam an wasser kommen wir bräuchten ich brauche planken na meins was planken kann ich dir das irgendwie geben moment ich kann doch hier kannst es hinschmeißen glaube ich hier 15 planken für dich nimm dir okay cool warte mal dann machen wir uns mal einen einfachen reiniger und ein grill der boyseil das hab ich auch ich meine ich kann hier genug na wo willst du willst du willst du hast du was willst du stress willst du hast du Plastik schon weil da kannst du dir schon gleich ein Becherchen machen äh ja müsste ich haben ähm das wirst du denn auch gleich brauchen ich will wollte erstmal darauf gucken weil dabei der sieht irgendwie so aus als will er hier gerade was reinbeißen oder nicht er muss er muss by the way zeige ich auch gerade irgendwo mit meinem Finger auf dem Boden ja du machst gerade hier so ey da baue ich was hin finde ich gut finde ich gut so also Becherchen wo ist denn mein Becherchen genau also hier auf den Grill kannst du alles draufhauen und äh mit Feuer und dann grillt das eigentlich bräuchten wir zwei von diesen äh Verarbeitungswasser Dingern ja ja aber ich brauche schon gleich einen neuen Haken also äh ich finde es ja schön dass wir einfach äh äh instant feier machen können mit unseren Gedanken ja wir brauchen keine Feuersteine oder so ne ne hatbraten zeige ich feier der erschaffen des erschaffens so nett ja und das krasseste ist halt ich habe jetzt schon jetzt wo man halt so weiß wenn man da so ein bisschen was schon weiß dann kann man natürlich früher anfangen Sand und Lehm zu Alter ja ich bin grad damit beschäftigt was hier zu geh weg oh wow das ist das war eine plankige äh plankige Kiste ja manchmal sind da halt nur Pitten dran ich finde halt wie gesagt bei Nacht sieht die Skybox hier richtig geil aus ist definitiv sehr sehr ja wie nenn ich es äh hübsch skyboxig hübsch ähm achso hier kannst du das Wasser schon nehmen ich brauche noch ein bisschen nimm mir mal den ersten Schluck ne ja und dann fülle ich mal direkt nach ähm ups hab ich ja ich hab grad Salzwasser getrunken wups jetzt destilliert ist halt ja gerade ii aqua dankeschön für die Bits ist das nicht romantisch wir beide hier auf zum auf ein Stück brett auf ein Stück brett während der Ozean sich einfach denkt ich will euch alle fressen ich bringe euch um Hardcore-Variante von Sea of Thieves Wow Dein Wasser ist fertig Ich hab doch schon getrunken Achso, dann Aber ich hab sau wenig Weil ich da Salz Ich schau nochmal nach Flüssigkeit einfüllen Ja, einfüllen Plank platzieren Nein Jetzt ist ja voll Jetzt musst du warten, dass es fertig wird Und wenn es fertig ist, ist es in dem anderen Becher hier Ich hab das wohl schon verstanden Wie man das trinken muss Aber irgendwie hab ich gerade auch so gesehen Und mir gedacht, so erst trinke ich Süßwasser Und dann nochmal einen schönen Becher Salzwasser hinterher Weil zum Nachspülen und so Lecker Desinfiziert, ja What the f Ich mag Floss geschubst Das war ich definitiv nicht Weil, ah, jetzt, jetzt, jetzt hab ich hier So, mit Süßwasser füllen Und dann musst du Mit Ah, so Wenn du Hunger hast, hast du eine Kartoffel im Grill Oh, ja, die hab ich Äh, ist er? Ich seh, ich seh nix im Grill Ne Hä? Da ist nix Ich hab's Kartoffeln für Brand Achso, ich hab sie genommen Warte, ich schmeiß die mal Ein Paket für sie Wasser Hm, ein Paket für mich Wir haben einen Brief gekriegt Wir haben eine Kartoffel gekriegt Ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen Dreht hab, dann kann ich uns eine Batterie bauen Vielleicht haben wir dann irgendwann ein Fernsehen Nein Dafür bräuchten wir Kupfer Das glaubst auch nur du Ja Ähm Achso Ich hab das Äh Äh Blanke Achso Blanke ist gut, alles gut Nehmen wir hier Süßwasser füllen Salzwasser Das Problem ist Salzwasser Und stürmischen Gang, Alter Ja Ist perfekt Einmal alles, bitte Als nächstes spielt der Song of Storms Mhmm Dö, dö, dö Dö, dö Dö, dö Dö, dö Dö, dö Dö, dö Guck mal, du hast glaub ich sinnvoll So Ich brauch Steine Ich brauch ne Stone Eggs Äh Wir bauen Ich brauch mir auch erstmal nen Hammer Vormi zu haben Ich brauch mal schon so langsam Richtung Angelroute So dass wir Fisch haben Hast du eigentlich Ah Mhmm Unser erster Bauplan Beziehungsweise Bauplan generell Ups Mhmm Lecker Salzwasser Ich komm natürlich noch nicht ganz klar Wann du E drücken musst Und wann du links klick drücken musst Wenn du dieses Süßwasser trinken willst Ja da hab ich auch andauernd Ich hab immer den Fehler gemacht Ich hab das Zeug mal weggekippt Sehr gut Weißt du was ich auch hoffe Was sie hier noch irgendwann einfügen Geisterschiffe Uh Ich mein das Wäre zwar sinnlos Also wo kann man Steine Ist das auch in den Fässern drin? In den Fässern ja Kann in den Fässern sein Oder auch auf dem Meeresgrund Also Müssen wir uns auch auf Lootboxen verlassen Das mag ich ja überhaupt nicht Manchmal ist das so Mein Bauplan Ich guck jetzt gar mal Was brauchten wir nochmal für den Schild Ne Meins Joink Forschungstisch Brauchen wir noch einen Planke Und wir brauchen Schrott Du hast nicht zum Fähigen Schrott bei dir oder? Ähm Schrott Schrott Was hab ich denn hier Ich hab einen Bauplan für Empfänger Äh Kunststoff Schrott Ich hab vier Schrott Äh Ja warte mal Genau Paket für sie Äh Ich baue uns mal gleich so Sobald ich kann Einen Äh Einen Forschungstisch Aber das Dass du dich da einmal reingucken kannst Das überlasse ich mal dir Naja Also dass du einmal auch verstehst Wie das mit den Forschungen Weil das ist Pretty important Ich hab eben das Gefühl Das Ganze laggt hier bei mir So ein bisschen Die Sache Ist auch Ah Der Hai will kommen Okay wir können ihn schneller abwehren Zu zweit Ähm Warte mal Äh Für weitere Teile halten Wie repariere ich das denn Mit Rechtsklick Linksklick Oder Hammer Rechtsklick machen Und dann Unten auf reparieren Äh Ah Ist das jetzt wieder heile Hab ich das jetzt heile gemacht Bestimmt Bin ich jetzt die Bin ich jetzt hier der Instandhalter Ähm Holzsäule Holzwand Seilzaun Oh das ist ein Ja genau Das wollte ich nämlich auch nicht Einfach vorbeischwimmen lassen Ja Tonnen sind äh Legendary Loot Erstmal sollten wir vielleicht echt ein bisschen zusehen Dass wir hier Ein bisschen Platz haben sonst Ich hab Angst dass sich der Hai hier mal irgendwo festbeißt Und sich denkt so Oh geil Wir brauchen definitiv Oh da hinten ist schon wieder so ein Äh Hm Ein Floß Klonk Ich bin auch wieder vollgeheilt Das ist ein bisschen sehr weit Also das würde ich weglassen Jolo Schon kommt der Hai Jolo Das überlebt der Kerl nicht Jolo Ich hätte dir einfach mein ganzes Zeug geben sollen Ich wüsste nicht mal wo du respawnst Wenn du äh Weil ich kann dich da Ähm Ich sehe den Pirouettenhai gerade Der ist voll Der ist voll happy Du bist jedenfalls sicher What the fuck Wer rein kehrt ein Karussell Ich glaube ich verstehe warum Weil ich hab so das Gefühl Das passiert dann Wenn der Hai nicht weiß Wen er von uns targeten soll Übrigens ist dieses Boot gerade richtig kacke Weil hier einfach keine Die Kiste einfach oben im dritten Stock hängt So jetzt wo bist du Fuck Ja hier Äh Ich hab keine Flair Oder sowas Seh dich Du bist der Hai Ah da ist der Hai Der Hai ist beim Tier Gut Nein schon Du bist ja gerade hinter dir War Alter ohne Scheiß Das was ihr gerade spielt Das ist meine neue Lieblings Netflix Serie Alter Was bist du denn jetzt Fuck ich hab gerade den Hai gesehen Aber jetzt hab ich dich nicht mehr gesehen Wo bist du Da Scheiß auf Waterworld ey Ich hab doch ein Leben Ein Hit hab ich noch Hast du kein Leben mehr oder was Nope Also Guck mal ob ich ihn ablenken kann Ein Hit und ich bin tot Wo bist du denn jetzt Äh hier Ist schon wieder der Pirouettenhai Wo Was wo The fuck Wo bist du Ich seh dich nicht Alter hier man Wasser hier Die Welle ist zu hoch Die Pirouettenhai dreht sich noch Alter Sorry you can Greif den Haken Nicht weg von mir Genau Das ist meine Action Greif den Haken Okay warte Du bist ja da Ich lenk ihn mal ab Ich lenk ihn mal ab So als er dich nicht frisst Just in case Alter Geh ans Point Aber das ist ein Fass gewesen Ich fass es nicht Ich fass es nicht Ich lebe Ich lebe Alter Ich lebe Hui Alter Alter Ohau Alter die Welle So Oh Oh ich hab Hunger Also ich hab so richtig Hunger Derben Hunger Gegarte rüber aufnehmen Ja gerne Kannst du es nicht Ich hau grad hier regelmäßig noch Hab ich in der Kiste gefunden Ey Andy und Shadow Adventures in Ozeaner Alter Was ist da hier los Ich brauch dringend auch was zu trinken Wo ist mein Becherchen Wo ist mein Becher So wieder Salzwasser hier rein Zack Salzwasser dahin Planke Hau rauf das Ding Hab ich irgendwas an Fressen gekriegt Ich hab ne Kartoffel gekriegt Also ich hab noch einiges was ich immer auf den Grill hau Also Antenne Empfänger Schrott Das kannst du hier Da kannst du dich jetzt mal hier mit dem Forschungstisch Also du kannst da alles mögliche an Zeug da oben in dieses Kästchen schmeißen Und das erforscht du denn Und das Wenn du das lernen kannst Dann kriegst du das quasi in dein Inventar unter Neue Sachen Also kannst du das dann quasi selber bauen Mit den Materialien Moment Ich hau das da hin Und dann Äh Hab ich aber nicht genug scheinbar Um das irgendwie zu bauen Oder so Keine Ahnung Ne ne Bauen kannst du sowieso denn nur in deinem Inventar Hier über das Ding lernst du nur Achso Und ich hab jetzt das Palmenblatt Das Palmenblatt hab ich jetzt erforscht Und jetzt wenn ich jetzt das Metallerz reinpacke Dann kann ich das erforschen Ne kann ich nicht erforschen Also auf jeden Fall Wenn du davon von den Dingern alles hast Kannst du die lernen Und dann wenn du es gelernt hast Dann ist es in deinem In deinem Inventar Und du kannst es craften I see Aber wenn du es erforscht Geht halt das Material dabei verloren einmal Ja Achso und jetzt Ah ich verstehe Was haben wir denn hier Mittlere Anbaufläche Laterne Stuhl Teppich Ah Geiles Zeug Lager Und angeblich gilt das im Multiplayer für uns beide Was wir erfinden Also Oh Ja dann Das muss also nicht Ja okay Weil du jetzt den Pot gelernt hast Kann ich jetzt den Pot auch bauen Und den Teppich Und das habe ich nicht gesehen Das ist gut Warte mal Äh So wie klein Aber ich mache uns erstmal eine kleine Anbaufläche Und So ein Scharnier wäre geil Oh Bolzen Oh das Oh scheiße Ich will Dafür brauchen wir Metall Und Metall ist aktuell noch out of question Ey wie wäre es mit einer Metallangel Shadow Oder einer Metallachst Oder einem Metallhaken Ja Ja ich meine Moment das Kannst du alles schon lernen Weil ich ein Scharnier gefunden habe Aus einem Fass Vor Ewigkeiten Ach so Und weil ich gerade auf dem Floß war Was wahrscheinlich auch noch irgendwie ein bisschen Zeug hatte Ja gut dann Ja klar Dann kannst du das alles lernen Meine Meine Ich nehme mal hier diese Diese gegrillte Grübe Mhm Und packe mal die Kartoffel drauf Ich mache hier mal Ich baue uns mal ein bisschen was an Ich Ich fühle mich noch ein bisschen nutzlos So Aber ich Ich mache mit meinen Mit Mein waghalsigen Todesaktionen Scheinbar gutes Zeug Erfüll seid ihr doppelt lustig Passt schon Das lass ich nicht auf mir sitzen Das kriege ich Ich müsste mal was futtern Ach du auch Ja doch Kartoffel Weißt du Ah du Stimmt Du hast doch hier was zum anbauen Wie wärs denn mal mit Hier in der Kartoffel Das dauert noch Ja aber Ich hab jetzt auch schon mal ein bisschen was Shadow Salzwasser nachfüllen Immer Oh ach so Okay Regeln Wir werden immer Salzwasser nachfüllen Genau Sonst werde ich salz sicher Okay warte mal Ich kann auch gerade noch mal ein paar Sachen Ich hab einmal Lehm Aber warte mal Lehm kann ich nicht erforschen Sand kann ich auch nicht erforschen Schrott Schrott ist erforscht Okay der Kiel den ich endlich gesponsoren habe War es echt wert Das freut mich Das freut mich Ich bin halt so Auch erforscht Ich hab alles erforscht Alles Alles was ich im Inventar hatte Habe ich einfach mal drauf geschmissen Okay warte mal Ich hab jetzt die Kartoffel gegessen Aber ich mach das weg Ich äh Ich äh Hackbraten Dank Du Fie Shit mein Speer ist kaputt Ich hab auch nix mehr Zum Glück hat ich noch einen Braucht frisches Wasser Ich hab kein Gut Salzwasser Da rein Planken platzieren Hast du noch was Was du auf den Grill hauen kannst Äh ne Ich hab alles gepflanzt gerade Aber Wieso sagst du mir denn nicht Das Tab das Inventar Auch mal aufmacht Das ist doch viel besser Das wusste ich nicht mal Ist doch viel besser Außerdem sorge ich gerade dafür Dass wir noch mehr zu essen reinkriegen Also äh Ja Du machst wieder deinen Fischerjob Ich merk schon Aha Aha Oh Mist Hm 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 Zu Anfang musst du halt echt noch gucken Weil da musst du echt trinken Die ganze Zeit Und essen Ja Ich merk schon Ja geil Ein roher Welt Und es dauert noch Ziemlich lange Bis wir einen Äh Großen Grill bauen können Ich bin ganz ehrlich So ein zweiter Grill Wär glaube ich Eine gute Idee Joa Äh Wollen wir denn hier essen Einfacher Grill Ich brauch dafür Schrott und Seide Scheiße Warte mal Schrott Wie viel Schrott brauchst du? Äh Ein oder zwei Und Seide auch ein Da Und ein Seil Wenn du noch ein Seil hast Äh Warte mal Nani Ballerina High Vor Präsident Äh Warte mal Wie kann ich Sachen einfach droppen? Ach so Hier Na jetzt wird Kriegling haben die Hunger Pains hier Äh Oh shit I'm drowning Onkel Dolan Ocean Man Äh Ocean Man Äh So Einfacher Grill No way Ich warte Oh Wurr mal los Leute Ja aber jetzt gerade Passt es Oh shit Hast du noch irgendwas Was du auf den Grill packen kannst Ich hab jetzt einen zweiten Grill gebaut Hab auch schon Planken gemacht Ja But of course Ich hab äh Weil ich hab echt Hunger Ich hab echt Hunger Ich hab echt Hunger Ich hab echt Hunger Wirklich Also richtig Hunger So richtig Hardcore Hunger Oh wisst ihr woran ihr mich gerade erinnert? Na Mit eurem Grill Wie 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 Spongebob und Patrick Aus der Steinzeit Wo sie das Feuer gefunden haben Und alles darüber geröstet haben Weil sie Hunger hatten Hm Das warst du Thaddeos Gib mir Och ich will Das riecht so lecker Das macht mir nur noch mehr Hunger Oh wow Oh da vorne kommen Einfach mal drei Drei äh Fässer Watch out Ich dachte drei Haie Drei Heißkorn Street Sharks Sorry aber den Der ist jetzt meiner Ich bin hier fast am Oh Das gehört mir 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 Läu Tauchst du einfach unter dem scheiß Floß hindurch Ich bin da noch irgendwie so ein bisschen ungeübt So von wegen aufs Floß springen und so Ich muss mal grad gucken Ich versuche immer noch so alles mal Du hast aber alles schon erforscht ne Also soweit es geht Ja also ich hab echt Ich alles schon äh Soweit es halt geht Ja Okay warte mal dann Oh ich hab jetzt den Fisch weggenommen Hast du Hunger? Äh es geht Es heilt noch Also ich hab ich hab ein Drittel Wie viel hast du? Och warte mal Ich muss jetzt erstmal gerade Weil ich möchte eigentlich Dass wir so früh wie möglich Den Heizofen Äh den Dings kriegen Deswegen Thumbs up that block Sieht ein bisschen aus Oh ernten 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 Oh geil Geil, geil, geil Letztes Zeug Hast du das Ding mal gewässert hier? Äh ja Okay Ich bin da Ich bin da Ich bin der Gärtner Ich mein hier Das hab ich mal gefangen Das sieht aus Als ob du eine Claret Ich erschießt es Ich erschieß nicht mit meinem Fisch Ich agel uns mal noch ein bisschen mehr Vielleicht auch etwas was Was nicht den großen Grill braucht Ähm Langsam muss ich auch mal was essen Ach guck mal Ne Makrele Passt doch Ja den musst du Den musst du den einfach nochmal auf den Grill schmeißen Weil ich gerade äh Ja man nix Ich komm klar Den anderen gegessen hab Ich bin Wohl Macht es mehr Sinn Sachen auf den Grill zu schmeißen Oder sie so ein Einzupflanzen Augen auf die Netze Ja ich weiß doch Angel Mensch Mann ich weiß doch Ist doch nicht mein erstes Rodeo Mein erstes Raft Mein erstes Raft Äh Äh Ich steh das wieder auf den Schiff Mal im Kauf ein Indy du erzählt was Höhe überwerfen Dann kommst du weiter Yep Das ist also So 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 Ähm Sachen Sachen vernünftig Hier zu Das machen Oh Ich höre was Ah shit Ich hab keinen Speer Ne Ich kann auch gar keinen machen Aber davon mach ich hier wieder heile Mach du mal Oh das ging mich mal Ist ja gut Dass ich immer noch so ein So ein Übrig Äh So ein Ding übrig hab Oh gerade Makrele Die kriegst du Komm hier Ja Nöni Makrele Nimm doch auf du Achso Da hier Achso die andere ist noch nicht fertig Deswegen Ups Okay So Muss ich dich Muss ich dich nochmal Was Das ist für dich gesperrt Was Das ist für mich gesperrt Was Okay So geht doch Wie weit man hier also auf den Rand Gehen kann Damit man Nicht runterfällt Ach gesperrt Weil Weil Speer Dem Pans So Pflanzenwässern Salzwasser rein Das So Ich bin glaube ich mal so So frei Äh Was haben wir denn hier so Was kann man denn noch so bauen Anbauflächen Guck dich da mal ein bisschen durch Ich sorg dafür Dass wir zu essen haben Hast du vier Schrott Vier Schrott Vier Schrott Ich guck gleich mal sobald ich Äh Ich hab sogar acht Schrott Das ist ja geil Mach ich nämlich eine mittlere Anbaufläche Die ist halt nur ein bisschen größer Nimmt aber auch mehr Platz weg Dann Gärtner ich Ich bin der Gärtner Machen wir mal so Und Long Mein Schrott Mein Schrott So Zack 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 Oh ja Moment kann man dann nur zwei aufbauen Okay Ja das ist auch für größere Pflanzen gedacht Da kannst du andere Arten von Pflanzen noch drin bauen Außer Kartoffeln und Rüben So Vielleicht 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 kriegt man nachher noch anderes gutes Zeug Brauchst du was gerade was zu trinken Äh Nö Gerade geht noch Dann nimm ich mir mal hier Wobei wir brauchen jetzt Wobei ich behalte mal lieber Falls wir Beschneunigsten Heikbilder brauchen Ich hab ja einen Hering Ähm Wie lange ist denn die Planken aus Geht ja nicht Oh da ist ne Ne Kistetonne It's a box Ne Säberase Kann aber auch bereits geändert worden sein Moment was Sie haben 40 sogar vor dem Grillen auch Wenn man keinen Hunger hat Mit Kiste und so Ja ja Klar Damit man Sachen hat Wenn man sie braucht Macht schon Sinn So mit Kisten und so Sollte es Sollte es jetzt auf Not ankommen Hab ich einen Haiköder Mach dir mal einen Speer Ich hab schon wieder einen Speer hier Achso Ja gut Sonst wären wir so ziemlich spärlich bewaffnet Wenn du keinen hättest Land voraus Hä Land voraus Im Multiplayer sieht das echt bescheuert aus Wenn man hier die Dings auswirft Aber ein nicer Catch So Gleich mit einem neuen Haken bauen Oh ich kann schon ernten Schön Haben wir noch mehr Kartoffeln Ich frag mich ja was passiert Wenn wir so einen Haiköder angeben Also so einen Haiköder auslegen Du in die eine Richtung verschwindest Und ich in die andere Ob der dann Ob der Hai totalen Anfall kriegt Der wird dann auf jeden Fall Pirouetten wie ein Großmeister Machen Trockenziegel Ja auch der Trockenziegel Hast du die Trockenziegel hier hingeschmissen Ja den brauchen wir noch Achso Weil ich hab die Jetzt auch Würdest du dich nicht wundern Dass er weg ist Nee weil den brauchen wir nachher Damit wir den Ofen bauen können Also den Schmelzofen Damit können wir halt Glibber machen Und Gib mir den Kunststoff So Ähm Was wollte ich jetzt machen? Ja was wollte ich tun Ähm Ich wär ja auch mal für das Wir so schnell wie möglich Äh Ein 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 Wie heißt Was ist das? Ein Anker bauen Das wär auch mal Das wär auch mal Ein bisschen Das wär auch mal ein bisschen So an Äh Hier Inseln Halten können Wär mal geil Warte mal kann man eigentlich Was mit drüben Warte du willst einen Anker? Ich mein nur so Wär mal eine interessante Wendung Wär mal so eine interessante Wendung Wir stehen Wir stehen? Ja Ich hab den Anker geworfen Ach so Ach jetzt versteh ich auch erstmal Wie das mit dem ganzen Äh Scheiß funktioniert Ja wir können nicht Der treibt halt auf Stelle Aha So warte mal Was ich jetzt machen werd Ich schmeiß jetzt Wobei sobald ich Äh Getrunken Ich bin Geh ich da gleich Unter die Insel Und werd mal schauen Ob ich da Wo Äh Werd mal schauen Was ich da so finde Wacht mal Wer planken hier Du gehst Unter die Insel Ich geh mal auf die Insel Ja wenn du auf die Insel gehst Versuch mal Ob du vorher Eine Spitzsacke machen kannst Also eine Spitzsacke ich wollte Ne ne Eine Axt Dafür brauchst du Stein Ne ja ja Hab ich Also die wollte ich mir Sogar gerade machen Also dafür hab ich den Jetzt gerade die letzte Äh Die letzte Dinges gebaut Hier hab ich jetzt Hab ich gemachst Damit kannst du die Die Bäume fällen Cool Ach und hier ist ja Ich ist Uah Genau den müssten wir Und dann würden wir Ganz Weiter Also Operation beginnt Sobald ich den Köder hier ins Wasser Schmeiß Bereit? Ja Invental leer Soweit? Äh Nein Wie mach ich das leer? Moment Waschloch Ähm Haben wir irgendwo Die Möglichkeit Was abzulegen Oder so? Äh Ne Wir haben gerade Bläh 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 Wir haben keine Spule gerade Warte mal Eilt ja auch gerade nicht Die Sache ist Ich komme auch gar nicht Da hoch Sehe ich doch gerade Soll ich da Bergsteigern? Irgendwie kannst du da Bestimmt hoch Also Ist das Ist ja gerade irgendwie so Ne? Klar geworden Oder wie? Sonst guck mal Ob du an der Seite Irgendwie hoch kannst Da müsstest du Irgendwie kommst du da Bestimmt hoch Ich meine Du kannst ja jetzt Dann können wir die Aktion Ja gerne machen Jetzt Ich probiere es mal Ich habe mein Inventar Jetzt nicht sonderlich Mega leer Aber Ich frage mich jetzt Ob man Sachen einfach Hinschmeißen kann Ich meine Ich könnte das essen Sonst gib mir mal So ein paar Sachen ab Ich habe nämlich noch Genug Platz Äh Der Kunststoff Ist sowieso gut Du hast einen Trommstiegel zurück Okay gut Das sollte hauen Ich denke Das reicht Ja Okay Flonk Hui Oh guck mal Das ist der Arsch Mal gucken Ob ich jetzt hier Überhaupt hochkomme Äh Ach der Wellengang Hebt mich hoch Ich wollte gerade sagen Was ist denn hier los Äh Dieser scheiß Wellengang Meine Güte Ich kann nicht Ab Ich kann nichts abbauen Weil mich der Wellengang Immer wieder hochhebt Ähm Also von der Seite Komme ich auf jeden Fall Nicht hoch Das ist eine scheiß Insel Ja das Kommt leider häufiger Mal vor Das ist eine Kackinsel Da komm ich nicht hoch Sorry Scherdo Dann nimm deinen Haken Und versuch hier Mit Im Boden rumzustochern Da gibt es Schrott und alles Du meinst Der gerade kaputt gegangen ist Alter Dieses scheiß Scheiß Also Scherdo Für mich hat sich das Alles nicht gelohnt Das ist Ich find's halt schön Äh Heino hat Spaß Es ist gut Der knabbert Da dran Aber Ich hab halt gar nichts Daraus gekriegt Leider jetzt gerade Ja aber pass auf Sofern wir jetzt Genügend Sand und Lehm Zusammen kriegen Naja Dann läuft's wieder gut Ich brauch erstmal Kunststoff Für nen weiteren Haken Zur Not Sagen wir Bescheid Wenn Heino Wieder am Ausrasten ist Ist Musik Weil noch Kann ich hier Zeug holen Alles ist gut Solange du den Anker Nicht lichtest Naja Naja Mein nicht Okay Heino knabbert noch Hast du gesagt Anker lichten Oh Heino ist fertig Okay Ich bin aber Full Energy Ich bin nicht so weit Unter Wasser Ja 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 Hohlheit Luft Übrigens Dankeschön für die Bits Ich hab das gerade vergessen Ich bin gerade Irgendwie so voll im Spiel Sorry wenn ich jetzt Nicht sonderlich viel Auf den Chat eingehe Ich bin halt Voll drinnen gerade Ist das irgendwo gut? Hier ist Sand Shark Attack Shark Attack Äh Sieht das nicht danach aus? Kann ich Das wollte ich eigentlich So nochmal gucken Kann man irgendwie Kann man Die Sachen erforschen? Nö Ja Traust dich eh nicht Traust dich eh nicht Traust dich eh nicht Bring dich um Stech dich ab Okay Das war Halbwegs erfolgreich Also für mich war Absolut nichts drin Bin ich ganz ehrlich Ich konnte Du musst das Ganze Als Teil eines Größeren sehen Nämlich hier Ich kann jetzt wieder Also nicht wundern Dass das jetzt gleich Wieder so aussieht Als würde ich uns Hier auf Aufs Boot kacken Äh Das Tue ich nämlich Nur so Was ist das jetzt? Wieder Ziegel Aha Ja wir brauchen Die Ziegel halt Die brauchen wir Für den Ofen Der Mensch Macht hier komische Dinge Ich möchte mir glaube ich Können wir ja Anker lichten Damit wir weiterfahren können Weil ich bin Gerade Materialnotstand Ich bin halt mir Schon mal so ein paar Sachen am Brauchst du das Wasser Gerade dringend? Nimm ruhig Nimm ruhig Nimm ruhig Nimm ruhig Du hast gelernt Vogelnest Okay Ich hab Kann dein Vogelnest bauen? Ja Ich hab Vogelnest gelernt Achso Schon gewundert So von wegen Was hab ich denn mit Vogelnestern hier zu tun? Du hast einen Vogel Das sollte den Hunger Das sollte den Hunger erst mal geringfügig stellen Also kann ich uns erst mal wieder Weiter was angeln Ich versuche nicht zu sehr vorzupressen Mal gucken An dem ganzen Feuerholz Was wir hier so verschwenden Äh Netze Netze Wir brauchen Nagel dafür Warte mal Das kriegen wir hin Am Schrott Nägeln Danke fürs Schubsen Bitte sehr So Jetzt können wir die Netze machen Oh nice Jetzt ist nur die Frage Was für eine Art Äh Raft wollen wir machen? Wie meinen? Also Ich meine diese Netze Du hast ja bei mir gesehen Wie die funktionieren Ne nicht wirklich Ich hab nur gesehen Dass die automatische Sachen aufsammeln Ich hab die jetzt nicht gesehen Ich wusste jetzt nicht zum Beispiel Muss man die irgendwie einstellen? Die müssen wir bauen Achso Also von wegen Dieses Ding nimmt nur das auf Oder wie? Nein die nehmen alles auf Aber wir müssen sie halt bauen Äh Was? Achso ist tot Haikopf Und Haifleisch Immer schön auf den Hai einstechen Wenn er tot ist Okay Es gibt nochmal zusätzliche Ressourcen Vor allem das Haifleisch ist Besonders geil Weil du Es braucht zwar ein bisschen lange zum Braten Aber es ist verdammt hilfreich Ich schwimme jetzt erstmal hier so nebenher Weil ich weiß ja Dass wir ein paar Minuten jetzt erstmal braucht Bis der Respawn Ja so ein bisschen braucht er ja Ist das gewässert? Ja Was mich Was ich interessant finde Ist dass wir noch keine einzige Möwe gesehen haben Doch eine habe ich gerade schon verscheuht Wenn sie aber in Netze haben Stress ist nur nicht so Ich habe doch gar keinen Stress Mach dir Stress Ey mach mir Stress Angel Wann immer ich Stress machen möchte Ich bin ein Pirat Ich bin gar kein Pirat Aber ich habe Hunger Arr mach hin Der Haifleisch Sonst esse ich dich roh So Kann ich dir schon was ernten? Nein Schade Hm Also könnt ihr später wieder aufheben Könnt ihr erstmal freie Snauze platzieren Ach ja stimmt ja Wir können die auch wieder einfach rausnehmen Dann baue ich die gleich erstmal so in Richtung Strömung Sofern geht Strömung Oh Plastik 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 Oh Plastik 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 Oh mein Gott Sind die Sind die Ziegel irgendwie Hast du die jetzt oder einfach Die sollen eigentlich trocknen Ach so Deshalb hast du die da hingeflegt Ich wusste ja nicht Dass es so eine trockene Mechanik gibt Doch doch Das ist so Die müssen trocknen Ach so Wenn wir trocken Ziegel haben Kann ich da rauslegen Ach guck mal da Plump Plump Oh Haifleisch Mh Gebratener Hai Das tut jetzt gut Dem Magen Oh warte Kannst du den Ofen mal nochmal hier anheizen Der müsste eigentlich gleich auch fertig sein Das Stück Hai Moment Hab ich Ich hab ein Stück Heim genommen Nö Das ist noch nicht fertig So Aber wenn das gleich fertig ist Solltest du das essen Weil das macht so satt Und da ist schon wieder ein Floß Hab ich Lust da hinzugehen Oder ist der Hai gerade unterwegs Soll ich sagen Die Sache ist Die Sache ist Mein Speer ist gerade momentan Ziemlich am Arsch Ich geh schon Geh du mal Und ich Ich werde mich weiterhin um die Ähm Um die Dingens hier kümmern Barrels Barrel Das wird ein bisschen dauern jetzt Momentan sich Äh Ist doch weiter als gedacht Was war da gerade ein Äh Ein alter Mann Wer ist das Alex ist da Alex Auron ist da Auch Au Okay der Hai ist respawnd Ich hab's gerade gemerkt Okay Dann machen wir Ballerina hoffentlich aus ihm Oh Oh da ist der Leckere Na habt ihr wieder Happy Happy Sea Adventures Ja sowieso Jetzt im Koop Jetzt mit ganzen Nüssen Äh Gib mir mal das Fleisch Böse Ey Na Wo ist der Hai Oh da ist er Ey Oh ich kann ernten 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 So viel Erntung Du Ficker Uhhh 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 Nein das kann ich jetzt gerade nicht machen Weil das Spiel Glaub ich das nicht supportet Ah doch hier Ist nur wieder verzögert Ich glaube wir haben Wir haben bald ausgesorgt mit Kartoffeln Das ist da rote Nee die Kartoffeln Kartoffeln tun halt nicht so viel Ne also Die Sache ist halt Ja du hast recht Aber andererseits Das sind Kartoffeln Andererseits Fock Gute deutsche Kartoffeln Auf dem südkaribischen Ozean Müsst ihr noch eine Distille bauen Dann macht ihr einfach ein bisschen Haben wir schon Ein bisschen Wodka Achso Nee Distiller Nee Moment Aber ich habe Mich regt das gerade auf Dass ich hier Dass wir immer nur Auf dieses eine Ding warten müssen Deshalb werde ich jetzt hier noch So einen zweiten Wie drehe ich das Ding? Mit R Äh Wenn du es platzieren willst R Ah Nee warte mal den So Ich habe mir jetzt nochmal so ein zweites Ding hier gebaut Das geht mir jetzt ja hart auf den Piss Schmelze Aua Da hat er an dir gekaut hat er Ja Weil die Schmelze ist wichtig Aber die Netze auch Das alles wichtig So Da ist man einfach so an die Deine nehmen Und hat den guten Antrieb So Warte mal Voll biologisch Und so Ah Jetzt ist es wieder Wir brauchen noch eine Menge Trockenziegel Also ja Wann wird das mit Netze? Ich finde Netze werden schon mal Ist eine Arbeit Achso Brauchen wir halt Blätter Und Schraub Ich sehe mich so als Als Materialsammler Also wenn du noch Seil hättest Dann könnte ich schon mal welche anbauen Also könnte ich schon mal welche bauen Oh ja Das müsste ich haben Oder Oder Blätter Ja Und Blätter auch Also ich meine Wenn du Blätter brauchst Hier 15 Hawaii-Blätter Ich habe noch ein 20er Stack übrig Perfect Ich mache erst Die machen halt gerade die Planken so Angst Weil Ich verbrenne die Verbrenne die gerade alle die ganze Zeit Ja pass auf Ich habe jetzt das erste Netz fertig Ich mache das jetzt einfach mal so Obligatorisch Mach das mal so südlich So südlich So da so Oder willst du eher hier so Oder willst du eher hier so Da Also hier Okay So südlich So südlich Wenn der Schrott von Osten schwimmt Weißt du das bleibt denn da alles drin Hängen einfach Wie viel kann das aufnehmen So gut wie alles Achso du bist ja auch gerade so Versuchen das anzuhangen Okay Ja Netze halt Ne Braucht man Oh da sind noch Oh da sind noch zwei Habe ich die Nehmen wir es bei dem Bei dem Seegang Bäh Habe ich die Das eine habe ich Und Oh Das andere Oh Baby Triple Oh baby Der Quadro Da war noch Da war noch was anderes Zeug drin Oh Nicht hoch Double luck Oh Kunststoff Oh Planke Oh Kunststoff Oh Planke Mein Gott so viel Zeug Wir sollten uns vielleicht auch langsamer drauf konzentrieren Dass wir mal eine Truhe bauen Hm Oh Was Arsch Double luck Oh ich hab Mein Mein Ding ist kaputt Ähm Übrigens Planken Weißt du Planken habe ich mich gerade noch drüber beschwert Und jetzt habe ich hier so Schon fast 40 im Inventar So wie habe ich Verscheinbar nicht richtig geguckt Nö Was kannst du eigentlich Ähm Ja Meins Ähm Da habe ich vergessen was nachzufüllen Jetzt weiß ich gar nicht Ist das gutes Wasser oder schlechtes Wasser Ich trinke es jetzt einfach mal Scheiße Aber schlechtes Wasser Ist das gutes Wasser Nichts aber Dass das da aber auch nicht steht Ne Steht entweder Salzwasser Oder Südwasser Oder also Nein ich meine jetzt Wenn du Wenn du halt Da drüber läufst Unterm Inventar Achso Dann steht das eigentlich Land Äh Das Das gegarte Der gegarte Hai ist noch für mich Oh hier ist noch Ja Den nehme ich mir Das gute ist Wir segeln Genau Sieht zwar genauso Beschäftig Zu erreichen Aus aber Äh Mal auf deine Frage zu antworten Andy Wie viel so ein Netz halten kann Nach so 50 Eier Dann habe ich aufgehört zu zählen Dann bin ich verhungert Okay also Man muss sich keine Sorgen Darüber machen Einfach dass Irgendwie das Netz Irgendwann zu voll wird Oder so Dass dann einfach Trotzdem alles durchtreibt Oder so Gut Äh Also aus den Latten raus Die jede einzelne hat Ja Meine Meine guten Latten Mit Latten Sound Wie hätte sie Wie hätte sie Da hättest du gar nicht Den Wurf Hättest du dir sparen können Mach der Gewohnheit Und so Ja By the way Die ganzen Kartoffeln Kannst du ernten Oh Ein Saft Ist doch schon wieder so weit Die sind ready und saftig So Man 18 Kartoffeln Ja gut Dann wird jetzt Langsam mal So rübiger Äh Wasser Süßwasser füllen Wasser pflanzen Äh Süßwasser Da würde ich Zu gerne hoch Ich auch Da oben ist ganz viel Geiles Zeug Ja Aber Komm mal erstmal dahin Ja Habt ihr die Auswahl Zwischen Rüben und Kartoffeln Rüben und Kartoffeln Und irgendwann später Sogar Mangos Und dann alles Boah Und Achtung Ich kann mal Hey Weißt du was Ich mache jetzt einfach So ein Notfallproviere Hier wird ja nichts schlecht Ne Nö Nicht wirklich Deshalb werde ich jetzt Einfach mal Immer Kartoffeln garen Solange du jetzt Kein Fleisch oder so Da drauf haust Und dann irgendwann Kann ich alles Mögliche Ne Ja eben Achso hast du Anke gelegt Ja weil Wegen Sand und alles Melonen Wir brauchen halt diesen Smilz Nicht Kann man ja irgendwie so Ich weiß gar nicht Kann man da oben hin irgendwie Das Ja Oder muss man da War gemeint hier Das ist sicher Ein Feuer auf ein Holzschiff Zu machen Das ist ja Das ist ja In so In Schalen Das ist ja so In Kunststoffschalen Also Ich glaube Das macht es nicht Besser Äh So Ich mache hier mal Alles wieder heile Okay Warte mal Ich gucke gerade Ob ich mich hier irgendwie Hochmogeln kann Aber ich glaube nicht Ich habe mich vorhin auch versucht Geht nicht Ne Ne Hup Haben das hier jetzt Ein Haiköde eigentlich ausgelegt Oder Ne ich habe keinen Ich mache das hier gerade YOLO Ich glaube Auf die Insel kommt Ach ich bin ein weiblicher Char Wusste ich gar nicht Achso Hab ich doch gesagt gehabt Ne Hab ich nicht gehört Sorry Da ist noch Sand So ich trinke mir jetzt Einfach mal ein Ich becher mir ein Sicherlich Ich becher mich weg Mann Hi Nerv mich nicht Ähm Ja Ähm Vielleicht sollte ich auch mal was bauen Hab ich so gehört So Du hast gesagt Wir brauchen Nägel Für diese Netze Ja Nägel Seil Und Planke Die Netze Findest du Unter Äh Den Äh Dem zweiten Von oben Sammelnetz Da Ja Seile Brauche ich Aber Seile kann ich mir ja Ganz einfach machen Ich habe ja genug Ich habe gerade Schiss Wieder ins Wasser zu gehen Wegen diesem Hi Fuck Ne Ich habe nicht mehr viel Energie Aber das ist noch Überall so gutes Zeug Kannst du Ich meine er ist da gerade bei dir Äh Warte Lass mich mir eben ein Speer bauen Äh Speer 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 Holz Speer So Komm her du Komm her du Bastard Hier Du willst mich Ne der beißt sich an unserem Floß fest Auch Bist du jetzt wieder hier oder nicht Ne also ich komm Ich ich hole noch ein bisschen Lehm Und Sand So Warum beißt der da einfach in dieses Floß Ich verstehe es bis heute nicht Weil das Spiel sich so denkt so Boah lecker Holz Ähm Äh gut Also er hat sich gerade da reingebissen Das weiß ich Ja Wo ist er jetzt Ich muss ja mal sagen Die Sachen wachsen ja wie Unkraut Oh er ist genau unter dem Floß Ist genau unter dem Floß jetzt gerade her Ist er so in die Richtung Da ist er jetzt Okay Ich guck mal ob ich noch ein bisschen was kriege Weil hier ist echt eine gute Quelle gerade Hm Kann ich schon ernten bauen. Ich kann sogar noch einen Nagel bauen. Ach, ein Nagel ist gar nicht das Problem. Oh. Was brauche ich denn? Seile. Nee. Wow, Tatsache, ich brauche wirklich Seile. Wow, ich habe so viele Seilebünen gebrochen. Okay, soweit so gut. Oh, Mann. Ich habe übrigens ein paar mehr Sammelnetze gebaut, ne? Das ist gut. Also fast unsere gesamte Front ist fast komplett ... Würde ich noch ein Lehm finden, ne? Wenn ich noch ein Lehm finden würde, wäre das ideal. Und ich glaube, da unten ist sogar was. Please don't kill me now. Oh, Mann. Ja, okay, Lehm. Got it. Ich komme zurück. Versuch mal bei Insel hier auf die Insel zu kommen. Hast doch die Steinaxt. Versuch mal bei der Insel hier auf die Insel drauf zu kommen. Ich kann dir zeigen, was passiert. Ich meine, ich kann es versuchen. Okay. Wo ist er? Liegt man noch nicht den Anker? Nee, nee. Ich habe ja gesehen, dass du ins Wasser gegangen bist. Ja, ich bin noch nicht im Wasser, aber ich... Wo ist denn der ja gerade? Irgendwo hinter uns. Fuck it. Irgendwo ein Arsch hinter uns. Ist da oben drauf einfach ein Kloster? Weil ... 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 Nee, das geht nicht. Also ich weiß nicht, was für ein dreistöckiges Floß man haben muss, damit man auf solche Inseln kommt. Oder ob man später irgendwie so... Nee, du kannst halt auf deine Insel halt so Leitern und all sowas bauen. Und dann kannst du halt dich da... Ach so. Dann ist dein Raft halt so hoch, dass du da einfach hin kannst. Okay, der heißt gerade hinter dir. Naja, der wird dich ja nicht one-shotten. Nee, wird er nicht, aber ich möchte Hits vermeiden, wenn ich kann. So. Bin wir da. Hallo. Wenn du mir noch Seil gibst, oder Blätter für Seile, dann kann ich dir sogar das letzte Ding ins Bauen. Netz. Hab ich sogar gerade. Da muss man immer aufpassen, dass man den Faden nicht verliert. So, dann haben wir schon mal soweit die Netze hier. Gut. Also laut Angel hätte auch gereicht, wenn wir hier immer nur einen dazwischen lassen, aber gut. Ich brauche noch vier Seile. Also wenn du noch irgendwie acht Blätter hast, oder... Nö, ich hab eins. Äh. Also hier. Lass mal weiterfahren. Anker lichten. Lichten, zieh den Anker. Ich hab, by the way, hier wieder vor unseren, äh, vor unseren Dings geschissen. Ähm, fahren wir jetzt genau durch die Insel durch, oder? Nein, nein, wir crashen jetzt hier einmal und dann... Ach so. Okay. Ist ein bisschen unpraktisch eigentlich, aber... Aber wir, wir richten uns wieder so aus, dass die Netze vorne sind, ja? Nö. Aber die funktionieren trotzdem noch. Was meinst du, warum ich auf meinem Floß überall Netze gebaut hab? Kann ich die jetzt nicht entfernen und einfach hierhin packen? Eigentlich schon. Na, du, die Axt hast du, ja. Dann kriegst du eigentlich die Materialien dafür wieder. Also komplett, ne? Gut, dann. Eigentlich schon. Äh, also muss ich jetzt X drücken und dann... Es sei denn, warte mal, kann ich das vielleicht? Warte mal, muss ich Z drücken? Aber ich glaub, so funktionieren die Paddel nicht. Ja, außerdem hab ich nicht genug für den Paddel. Ich drücke X entfernen, aber hier, hier funktioniert nichts, so. Was muss ich dafür? Muss ich den Hammer dafür in der Hand haben, oder? Nee, die, äh, die, die Axt und du musst gedrückt halten, dann. Axt und X festhalten. Ach, X festhalten. Mhm. Ah, da, da, da öffnet sich ein Kreis. Ah! Da öffnet sich ein Kreis. Gewieft! Das Leben ist ein Kreis. Das auch. So. Nicht wirklich. Ich höre, ich höre ein Hai. Ja, ich stech schon ein Freund auf den Assi. So, ähm, wo sind die Netze? Da sind die Netze. Was mich auch ein bisschen stört, ist, äh, dass du Sachen, dein Equip nicht einfach, ähm, readingsen kannst, hier, äh, hier reparieren. Sondern, dass du es dir immer neu bauen musst, alles. Hm. So, jetzt hab ich mal, jetzt haben wir wenigstens ne, ne Netzfront. Ne Netzfront, genau. Ich finde, es ist wie ein, äh, Schlechtwetterfront, nur mit Netzen. Moment, funktioniert das so? Okay. Aber man kann ja sowieso drauf rumlaufen, also. Ja, ja. Finde ich gut. Und außerdem, wenn wir denn den Platz haben, kann ich uns einen Smelzofen machen. Und wenn ich uns einen Smelzofen machen kann, dann geht's richtig ab hier. Leckst gerade ein bisschen bei mir. Hm? Du hast gerade ein bisschen bei mir geleckt, du. Oh ja, ich hatte auch gerade so einen kleinen Leck. Äh, hast du Wasser getrunken? Ja, hab ich nicht nachgefüllt. Hast du nicht nachgefüllt? Oh, ich hab nicht nachgefüllt. Ich hab die Pflanzen gewässert und hab dann wohl nicht nachgefüllt. Mein lieber Herr, wenn du schon mit mir zusammen hier auf einem Floß bist, dann wird hier fertigst du das Wasser nachgefüllt, wenn man das ausgetrunken hat. Doch. Ja, also das Hinzeigen, finde ich, ist eine tolle Mechanik. So einfach da. Ja, da. Feuer. Da. So, ich brauch mal wieder was zu fräsen. Vor allem der Walkcycle. Ich find den Walkcycle immer zu geil. Die, 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 die. Lauf wie so ein Gollum, weiß ich. Oh, ich liebe das. Sieht so bescheuert aus. Mein. Hä? Achso. Was? Hä? Achso. Ich, für einen kurzen Moment dachte ich, da wäre irgendwie ein Hai gerade am Angreifen. So. Hat der Alish Hai etwa Hai gesagt? Hai, Dados. Ich muss mich jetzt erst noch mal daran gewöhnen, dass dieses, äh, dieses Sammelgeräusch von den Netzen jetzt konstant kommt. Ja. So von wegen, oh, wir haben Dinge. Der DAL hat wieder was gebracht. Der dauernd, äh, der dauert, äh. Okay, ich hab schon begriffen, du Mist. Oh, nom 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 nom. Greift mich zweimal hintereinander an. Ja? Ja, der hatte Hunger. Der wollte nicht, dass du zu dem Raft da hinten gehst. Ja, der hat mich zweimal hintereinander gerade attackiert, ey. So, sind meine, sind meine, sind die, werden die langsam oder muss ich die nochmal gießen? Oha, jetzt geht's ab hier. Guck mal. Süßwasser? Ach nee, die trinke ich, okay. Gut, schmeiß ich das hier hin. Äh. Check this shit out. Äh, wie heißt aktueller Hai? Der letzte ist ja, ist ja verstorben. Stimmt, wir haben ja gar nicht einen neuen Namen etabliert für den. Stimmt, ja. Einer. What the fu- Nein, ich brauche Holz in den Schmelzofen. Dann sag das doch. Hier, 19 Planken. Viel Spaß. Oh, FedEx ist wieder da gewesen. Uns geht langsam der Platz aus. Sag das doch. Weißt du, ich sammle doch extra die ganze Zeit. So. Check this shit out. Ui. Was dat denn? Erstmal Planken platzieren. Ja, Planken platzieren. Und dann... Pass auf, check this shit out. Ach, jetzt macht das sich Glas? Mhm. Und wenn ich Seetang da reinpack, krieg ich Glibber. Also Heinz... Nein, ich weiß nicht. Dieser Walk-Cycle, ey. Ich stimm mal vor, rennst du so um den... Um den Pott hier so. Hunga-Bunga, 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 Hunga-Bunga. Oh. Ihr seid so die Höhlenmenschen, Alter. Dieser Walk-Cycle ist einfach so doof. Wie kriegt man denn ein Scharnier? Ich wär mal für ein Scharnier. Da brauchen wir Metall für. Baut euch ein Katamaran. Der passt dann zu euch. Oh, ne. Oh, Alter. Wir brauchen Federn. Ich möchte einen Bogen machen, wir brauchen Federn. Ich möchte eine Hängematte. Okay, pass auf. Also... Ey, Una, geh jetzt mal ruhig. Das können wir machen. Dafür muss ich Glibber herstellen. Und dann kann ich dir das machen. Das klingt eh... Du hast verfehlt. Alter. Richtig. Get fucked. Heinz, halt die Klappe. Ach, Heinz ist das jetzt. Ja, ja, also... Glas aufnehmen. Wir haben jetzt Glas. Gleich mal nach... Kannst gleich mal forschen. Nein, das Kommentar von Unheilpitz. Wir wissen alle, die Netze sind Briefkästen. Und der High ist der Zoll. So, Glas ist erforscht. Okay. Kam da... Konnten wir irgendwas damit schon lernen? Nö. Haben wir irgendwas daraus gelernt? Nö. Wir haben also nichts daraus gelernt. So eine leere Flasche, dann könnten wir ein Fernglas bauen. Wird? Der verbeißt sich gerade an den Netzen. Das will ich nicht gesehen haben. Kann ich die reparieren? Ja, wenn du... Dings... Musst du auch mit dem Hammer drauf. Ach, hab ich das schon komplett wieder repariert? Das hab ich gerade. Ach so. Oh, okay. Sag mal, hier ist ein bisschen düster, du. Wie wär's mal mit romantischen Beleuchtungen? Wieso wollt ihr immer... Immer wenn ich in sowas involviert bin, warum wollt ihr sowas immer dann machen? Weil du bist Shadow, Shadow. Und du hast das mit Feuer zu tun. Und womit macht man Kerzen an? Richtig, mit Feuer. Mit Napalm. Ich fände das immer noch nicht so gesund. Bei euch auf dem Holzschiff mit dem ganzen Feuer. Ach, aua. Denn sogar ist ein Brandofen, ja. Alles klar, Franny. Bye, bye. Und Hackbraten, dankeschön für die Bits. Es tut mir so leid. Ich bin gerade so extrem im Spiel drin. Ich lese den Chat nur alle paar Sekunden. Äh, alle paar Minuten, sorry. Deswegen eben gerade meine Frage. Soll ich euch vielleicht ein bisschen aushelfen? Das wäre doch recht cool eigentlich, ja. Weil ich bin gerade voll immersed. Das ist so schlimm gerade. Ja, verstehst du jetzt, was ich damit hab? Das ist aus irgendeinem Grund echt erstaunlich, das Spiel. Okay. Hast du jetzt den Kliber schon genommen? Ja, den Kliber hab ich schon genommen. Auch untersucht? Kommt sofort. Ich wollte eben noch mal meine Kartoffeln auf den Grill schmeißen. Was? Ist egal, der Kiefer ist wert. Der Kiefer ist auch wert. Oh, wir können Bogen leeren. Oh. Dafür wollen wir, wie gesagt, Kliber. Oh. Auch wenn wir noch nicht einmal eine Möwe gesehen hatten, was mich verwirrt. Ich hab eins. Ich hab zweimal aber eine gesehen. Also... Ich bin die Gartenfrau, also vertrau mir. Hier gibt es definitiv Möwen, die wollen sich an meinem Scheiß vergüten. Die kannst du tatsächlich mit Pfeil und Bogen dann killen. Find ich gut. Na, Palm, das klingt vernünftig. Okay. Was? Nur alle paar Sekunden, shit. Andy, pass auf, die Community wird dich gemobbt. Aber ich würde vorschlagen. Ist okay, Eclipse. Ich werde ganz bestimmt nicht sagen, dass ich dir zu großen, großen Dank verpflichtet bin, weil du mir diesen Key gesponsert hast. Wisst ihr übrigens, dass der gute, gute Mensch, der Eclipse, der hat mir nämlich diesen Key gesponsert. Du brauchst doch so einen richtig schlechten Jingle im Hintergrund. Hast du gerade wirklich einen? Dude, guck mal, was da hinten schwimmt. Siehst du das? Ich bin hier gerade am machen. Du, Dödel, hast hier noch nicht mal Kunststoff erforscht. Hab dich wohl gemacht. Hast du nicht. Wir haben hier, guck mal, Wasserflöte. Ehe, Krise. Schwere. Den guten Wasserfilter. Alter. Es kann sein, dass ich wirklich einfach konstant alles erforscht habe, außer alles eine. Außer... No. Weil der Behälter ist eigentlich verdammt gut, soweit ich das jetzt verstehe. Wenn wir jetzt noch Glas hätten. Oh Mann. Ja, hast du noch mehr Sand? Ja, warte mal. Nee, aber ich nicht. Schönen Abend. Hallo. Guten Abend. Bist ja wieder da. Ja, wofür... Ich hab das Pflanzenglibber übrigens in der Hand, also falls du... Ja, reich mal rüber, ich guck mal, dass wir da... Für Andy, wofür ist das Passwort? Das ist hier für, um auf die Welt von Shadow und mir für Raph zu kommen. Ja. Sie spielen gerade das Floß-Simulator zusammen. Das finde ich toll. Ich weiß, ich habe einen Haken, aber ich lebe gerade gefährlich. Uäh, hallo! Pfff! Ich hab grad ein bisschen Cosplay-Test-Make-up mal gemacht. Oh, ich brauch dringend was zu essen. Ich seh aus, als wäre ich verprügelt worden. Schon wieder? Ich hab mich so geschminkt, als wäre ich verprügelt worden. Okay, fair enough. Wirklich schön mit blauen Flecken und Blut und ein Pipapo. Frage, warum Langeweile? Ich meine, das waren unsere Werte damals, die sich gerade mal gewundert haben. Ich hatte doch Andy, äh... Äh, äh, noch für alle. Außerdem, Andy, hast du Bolzen? Ich hab Schrauben. Sind das Bolzen? Nee, hast du nicht erzählt, du hattest Bolzen? Ich hatte Nägel. Nee, Nägel... Hast du die wieder aufgesammelt? Ja, hab ich wieder aufgesammelt. Gerade mal Props an den Chat für die ganzen Wortwitze mit Hai und Fass. Das ist schon die ganze Zeit so. Oh, Kletternpflanzen, Glibber und Bolzen. Ja, stimmt, einen Bolzen... Nee, 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 den einen Bolzen hatte ich aus dem Fass. Und den hab ich... Das hab ich erforscht und deshalb hab ich den nicht mehr. Weil... Erstmal, da vorne ist wieder Land in Sicht. Das heißt, wir können... Wenn wir jetzt richtig gut sind... Nochmal mehr Zeug rausholen. Nochmal mehr Glas. Und wenn wir Glas... Ohne Scheiß. Wenn wir... Das hab ich ja eben rausgekriegt. Wenn wir diesen, ähm... Dings benutzen. Diesen erweiterten Filter für Wasser, ne? Der filtert so viel fucking Wasser. Das ist schon nicht mehr feierlich. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute Multiplay zusammen spielen können. Maximal. Also ich mein, jetzt gerade ist es schon ziemlich gaggy. Ich denke mal vier höchstens. Also, aber das... Das gilt dann auch... Geht dann... Muss dann auch... Was ist das denn jetzt? Das ist der... Dings. Ne? Also vorsichtig. Wollt gleich Anker lichten da vorne. Nee, aber was ist... Ist das der... Das ist der Anker. Nee, der Anker. Ach so! Ach! Ich dachte mir schon, was will der Shadow für Sandbürgchen bauen hier mit dem Ding. Hast du noch mal schnell Holz? Ich glaube, wir brauchen noch... Du hast nichts gesehen. Was hast du gemacht? Ich müsste noch kosten. Aber apropos Leitern bauen. Ähm, wie baue ich Leitern? Leitern, Leitern, Leitern. Auf die Insel kannst du auch jetzt rauf, Andy. Das müsstest du hinkriegen. Kann ich? Ja, das müsstest du hinkriegen. Bist du dir da sicher? Wenn wir da jetzt gleich richtig krass anlegen, wie ich vorhabe... Bist du dir da sicher? Da... Hier, da kannst du hoch. Kann man? Ja. Also ich habe es mal auf so eine hochgeschafft. Blub. Also ich schaffe das nicht. Deshalb... Ich baue mir eine Leiter. Fuck das Schild. Nee, du brauchst nicht mal eine Leiter. Das reicht ja schon, wenn du hier... Warte mal. Ich habe eine Idee. Ach, jetzt habe ich dir... Jetzt habe ich dir mein ganzes Holz gegeben. Sonst hätte ich jetzt einen Stuhl gebaut. Oh, oder so. Guck mal, schon kannst du da hoch. Dann müsstest du dich hochgängen können. Na? Das Stuhl von Wind Waker. Warte, kannst du den nicht einen weiterbauen, sodass er hier, wo auch der... Dingens ist, steht? Gerade nicht, nee. Und ich bin am Verhungern. Warte mal. Jetzt sehe ich wieder aus wie ein normaler Mensch. Ah, ich bin oben. Sehr gut. Bist du sicher, dass du so aussiehst? Ja, ich sehe nicht mehr aus, als wäre ich verprügelt worden. Spring auf die Schulter von dem anderen. Das scheint auch zu gehen. Okay. Okay. Scheint offenbar Sitzel zu sein. Weiß ich für nächstes Mal. Rote Blume. Roter Samen. Ich habe eine Kokosnuss. Er hat die Kokosnuss geklaut. Andy hat die Kokosnuss geklaut. Oh, Palmsamen. Scheiße. Ich muss gerade irgendwas loswerden. Mein Nindertal ist gerade voll. Du kannst ja jederzeit hier wieder runterkommen. Was? Wie prügelt sich ein Käfig, das Mensch? Ich habe Hunger. Ich habe fucking Hunger. Nein. Ich höre nichts mit dem Chat gerade. Ach so, ich hätte auch einfach diese zwei gegarten Rüben essen können. Und dann hätte ich wieder Platz gehabt. Also ich wusste gar nicht, dass du Kampfsport machst. Schuhe ich auch nicht. Ich dachte, das ist mein Job. Nein, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, die haben irgendwie immer Lust, Random Facts über mich reinzuschreiben, die irgendwie nicht stimmen. Wobei das irgendwie krass wäre, wenn ich alle irgendwie so Käfig-Death-Matches einfach so Tode prügele und dann richtig der King im Ring bin. Das wäre voll cool. Aber... Immer machst du Käfig-Knuddel-Matches oder sowas. Warte. Ja, lol. Schmeiß jetzt erstmal hier Sachen. Schmeiß jetzt erstmal hier Sachen aufs Floß, die du wahrscheinlich gerade brauchst. Oh. Nach damaligen Settings waren es ein bis zwanzig Leute, je nach Internetverbindung vom Host. Oh, oh, oh. Die Welle war gerade geil. Danke. Das kann aber sein, dass die es rausgenommen haben. Kann ich versprechen, dass es noch geht. Okay. Sick. Schwarze Blume. Ha. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich mach jetzt hier mal den FedEx und ich schmeiß jetzt einfach alles aufs Floß und Shadow kann das gerne mal aufnehmen. Okay. Dateien hochladen. Nikon. Ich glaub, du schmeißt ein bisschen... Nee, doch nicht. Okay. Ich bin auch voll. Ja, Hauptsache es ist auf dem Floß. Warte mal. Die Planken sind gerade gold wert. Weiße Blumen. Drei weiße Tauben. Wir brauchen echt eine Kiste, Alter. Langsam wird Zeit. Da ist ja ein Riesenschiff. Also hier hast du noch mal Holz. Vielleicht kannst du ein bisschen... Was? Inventarplatzproblem? Hast du die Blaupause erforscht? Falls ja, kannst du die Blaupause rauswerfen. Die brauchst du dann nicht. Ach so. Nee. Weiß ich nicht. Mal gucken. So, ich hab uns jetzt mal eine Kiste gebaut. Eigentlich nehm ich noch was da. Du hast eine Kiste gebaut? Oh mein Gott. Jetzt ist hier beim Schmelzofen eine Kiste. Unglaublicher Mensch. Kannst du mal hier hochkommen? Ich will das mal ausprobieren, ob ich jetzt wirklich hier mit... Aus deinen Schultern hier hochkann. Du musst jetzt mal aufpassen, dass hier nicht der ganze Kram, den wir hier haben, ne? Sich gleich verkrümelt. Hast du so der despawned? Ja, das wurde doch gerade im Chat geschrieben. By the way, das Zeug, was ihr so hinwerft, kann despawnen. Baut lieber mal eine Kiste. Ja, doch. Ich bin doch... Das ist doch eine Arbeit, Mann. Alter, ich bin gerade am Verdursten. Wieso hat man hier nicht nachgefüllt? Shadow? Ich damit... Ja, warte, pass auf. Weißt du, willst du eine Gegenleistung? Ja. Willst du eine Gegenleistung? Hier. Ja. Nimm die. Geil. Geil. Da passt sehr viel mehr Wasser rein. Geil. Geil. Wo hast du die Kiste? Hier am Ende. Du rennst immer noch wie so ein Gollum. Ich schmeiße jetzt gerade... Ich habe da jetzt einfach nur mal was Sachen reingespitzt, damit ich... Hey, Samuels, geht. Wer hat da? Hackbraten hat... Achso, Hackbraten hat... Willst du gegen das? Ja. So. Also Wasserflasche. Trinkwasser füllen. Genau. Da passt jetzt nämlich... Da geht mehr Wasser rein. Schluck, schluck. Wenn wir jetzt noch den besseren Filter hätten. Mal, 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 mal. Wie will die ihn immer mobben, ey? Ja. Inventar. Wo sind meine Kartoffeln? Nein, da sind meine Kartoffgieß. Da, was was? Kann es eigentlich direkt mal so eine zweite Truhe machen? Äh, warte mal. Haben wir die Ressourcen dafür? Äh, bestimmt. Nicht. Wir brauchen dafür. Sonst, warte mal. Kunststoff. Blaupause-Antenne? Kann ich hier... Habe ich jetzt raufgelegt und steht erforscht. Kann ich die dann einfach wegschmeißen? Wegen sie wegschmeißen? Ja, brauchen wir nicht mehr. Okay, dann. Okay, Mighty, wir haben eine zweite... Oh, die schwimmen sogar. Ich hatte gedacht, dass die untergehen. Wir haben eine zweite Kiste. Gut, dann benutze ich die Kiste nämlich, um jetzt gegartes Zeug und rohes Zeug da reinzuschmeißen. Oh, ich bin auch verhungern. Das ist nur Tatsache. Palmsamen. Für was haben Sie einen Palmenbaum zu erhalten? Passt auf eine große Anbaufläche. Ja, das möchte ich gleich mal ausprobieren. So, jetzt habt ihr auch so eine Wasserflasche. Wenn ich jetzt noch Glas zusammenkriegen würde... Ähm, ach so, eine große Anbaufläche, nicht mittelgroße. Okay, alles klar. Heißt, kann ich hier noch nicht pflanzen. Schade. Äh, was haben wir sonst noch hier? Was ist das? Ähm, warte. Mal hier, zack, zack. Öffnen. Ich bin mal so frei. Haben wir schon erforscht? Die schwarzen Blumen, oder kann man nicht erforschen? Weiße, dann kann man nicht. Passt auf eine kleine Anbaufläche. Kann man nicht. Blaue Pflanze kann man auch nicht. Ich brauche was zu futtern, Alter. Nicht nachgefüllt, Alter. Ich bin hier gerade echt am scheiße Mikro-Managen. Ich brauche was zu essen. So, ähm... Ich finde es geil, dass die Flasche, die wir jetzt... Ich finde mal geil, wie das aussieht, wie wir jetzt mit dieser Flasche rumlaufen. Ähm... Die ist voll praktisch, ey. Ja, sobald ich... Mahoni, es ist... Basically, es ist Minecraft hier. Also, nur auf Wasser. Ähm... Ich brauche dringend was zu knabbern. Mach fertig da teil. Ich brauche dringend was zu knabbern. Was, habe ich hier nicht noch gegrillte Gruppen oder so? Schon mal mit Fußnirgeln probiert. Ich habe normales, weißt du was? Ich mache das immer zu. So, das will ich haben, bitte. Ich esse die jetzt roh. So, und ich versuche nochmal jetzt unter Wasser irgendwie noch mehr Sand abzuholen und Zeug. Ich hoffe nur, dass der Hai sich nicht wie ein Arschloch benimmt. Blumen solltet ihr erst anbauen, wenn ihr Farbe wollt. Alles klar. Ich hätte sie jetzt sowieso eingeschmolzen. Ähm... Also, hier haben wir Samen für Farben. Äh... Hier ist ein Perfekt. Aua. Was, warte, ich nehme jetzt mal... Hä? Samen, Samen, Samen. Oh, Shift draufklicken nimmt was automatisch aus der Kiste raus. Das finde ich gut. So, ist die jetzt... Ist da jetzt Schlechtwasser drin oder Gutwasser drin? Ich probiere es aus. Oh Gott, es kann sein, dass ich sterbe. Alter, scheiße. Äh... Äh... Okay. Lebst noch? Ja, ich lebe noch. So. Mal jetzt schön auf das Glas. Oh, ich hasse es. Ich drücke gerade immer das Falsche, wenn ich hier aus meiner Flasche trinken will. So, das Salzwasser da. Ich habe auch genug, da. So, du kannst, du kannst, du kannst für gleich schon mal die, das primitive Scheißding abreißen. Weil ich sage dir, sobald wir das Glas haben, ne, wir haben nie wieder Wasserprobleme. Wir werden nie wieder durstig sein. Das, das mache ich in dem Moment, wo du es fertig bist damit, weil jetzt, jetzt mache ich das noch nicht. Das sehe ich gar nicht ein. Hast du von da oben jetzt schon alles eigentlich? Äh, ich komme ganz oben nicht drauf. Also, da müsste ich dann irgendwie auf deine Schultern versuchen drauf zu springen. Aber ich brauche erst mal was zu knabbern. Lass mich mal eben kurz meine Kartoffeln essen. Ich habe nur eine Hoffnung und die bist du. Wo sind die Planken? Ich hatte doch gerade hier Planken da. Planken. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. So, die gerate Kartoffel essen. Ähm, habe ich noch Kartoffeln? Ne. Sieht interessant aus, kenne ich noch nicht. Raft macht Spaß. Es ist erstaunlich. Hä? Hey. Es tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen stalle. Warte, kein Problem. Da kann ich das letzte, den letzten Sand nochmal reinpacken. Und dann sind wir gleich, nämlich im Wasser-Business. Nice. Ich nehme mir schon mal das Wasser, was war jetzt hier noch fälliger im Moment. Wenn ich da jetzt Salzwasser reinmachen würde, dann versaue ich mir ja mein komplettes. Ja, das ist gleich nicht mal mehr unser Problem. So. By the way. Trink und trink. Und jetzt versuche ich hier hochzukommen. Versuch. Alter, wie instant der Hai dann getriggert ist. Ja. Versuch. Versuch. Ich muss auf eine Welle warten, scheinbar. Mein Gott. Was, 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 was. Gehst du weg. Die kannst du nur mit dem Bogen töten. Ja, aber sie verscheuchen ist halt gerade eher so mein, Alter. Ist das Early Access? Tatsächlich ja. Ich würde ja fast sagen, man sieht es. Man sieht es echt ein bisschen, ja. Meine Güte. So, jetzt hier. Hoch. Aber es scheint trotzdem irgendwie Spaß zu machen. Ja. Jetzt steh ich mal an die Wand. Danke sehr. Easy. Guck mal erst, ob da was in diesem Gebäude ist. Ist das ein Gebäude? Ach, oh. Oh, das ist das. Weil das ist wichtiger. Hey, ui. 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 Das ist eine Menge Zeug gewesen, was da aufgeploppt ist. Ich konnte jetzt gar nicht gucken, ob da irgendwas Gutes war, aber es war viel Zeug auf jeden Fall. Brauchst du noch Platz, oder kann ich wieder runter? Na. Ich geh trotzdem wieder runter. Weißt du was? Ich schmeiß dir Sachen runter und du kannst sie ja mitnehmen. Oh, warte, warte, warte. Ich mein Ruby, Ruby, Ruby. Hast du das gerade... Nee, das hast du nicht geschmissen. Okay. Zack. Zack. Zack, warte. Oben neben dem Haus sind noch Melonen, ne? Woher weißt du das? Ich bin gespannt. Echt? Auron, woher weißt du das, dass da oben Melonen sind? Ah, Tatsache. Mangos. Mangos. Alter, Auron. Mango number five. Mango number five. Oh, Tatsache. Hier, hab ich gar nicht gesehen. Gut, danke, dass ihr das mir gesagt habt. Das hätte ich jetzt voll übersehen. Ich mein, da unten war auch noch ein Strauch mit Melonen. Nö. Also das hätte ich da... Unsen? Nee, das hätte ich gesehen hier. Hier ist kein Melon. Ah, oben. Naja, oben. Oben hab ich sie jetzt gerade aufgesammelt. Ja, das meinte ich. Achso, hier ist auch noch was. Hat jemand geschrieben, neben dem Haus. Ja, und noch in einer versteckten Ecke. Habt ihr auch gesehen. Guck mal, jetzt hast du sogar das zwei Melonen. Jetzt bist du eine richtige Frau. Ich hab drei Melonen sogar. Ich weiß nicht, ob mich Shadow jetzt weniger... Nö, mag, aber drei Melonen. I still mag you. So, dann lass mal gucken, was wir hier... Wassermelone löscht den Durst und lindert den Hunger. Ui, hat beides. Aber ich glaube, wir können schon mal wieder Segel setzen, ne? Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Ihr habt keine Segel. Ich will euch ja nicht eurem Raum zerstören, aber ihr habt keine Segel. Das klingt so nach dem Motto, ihr habt keine Seele. Das Ding ist, sie könnten ein Segel haben. Eben. Kann ich das wegmachen? Entferne mit X. Ich brauch mal Licht. Ich hab ja schon gesagt, weil... Ist das das Pre-Sequel von... Wie gesagt, ich guck grad zu, wenn ich auf den... Shit. Oh. Oh. Ach ja. Ich dachte nicht, dass das das komplette Ding wegnimmt. Ich dachte einfach nur, dass das meine... Es ist wieder in deinem Inventar. Es ist nur in deinem Inventar. Also, nichts Schöneres. Nur, ich hatte... Ich hatte Wassermelonsamen da schon gepflanzt. Jetzt sind die Wassermelonsamen da durchweg. Also, einer von zwei. Das ist natürlich doof jetzt. Das ist doof. Ähm... So. Du hattest gesagt, wir haben jetzt hier gleich voll geiles... Ja, wir sind gleich im Wasser-Business. Also, äh... Sofern ich Holz hab. Was? Willst du dein Beet leer haben? Heb es auf und platziere es neu. Das wollte ich ja noch nicht mal. Äh, hier hau ich mal die Blumen rein. Blumen, 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 äh... Blumen. Hä? Also... Es gibt zu viele Blumen. Jesus Christ. Oh, ich hab einen Bolzen. Schild, ich hab einen Bolzen. Sehr gut. Erkunden. Ähm... Da hab ich schon. Hab ich schon. Ich glaub, es ist wirklich alles random generiert. Dann kannst du dir gleich, wenn ich dir Leim geben könnte... Und ich hab ein Scharnier. Oh! Ein Scharnier. Ähm... Wo hab ich da Scharnier her? Ähm... Diehst du weg? Also, wenn du möchtest, kann ich dir... Kannst du dir einen Bogen machen. Das würde mir sehr gefallen. Ich arbeite auf meine Hängematte gerade hin. Und dafür brauchst du... Ach ja, da brauchst du Federn für. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Ich glaube schon. Was? Ich glaube, ich hab gerade Wasser weggekippt. Gut möglich. So, aber... Äh... Ach, wir fahren wieder. Wir fahren! Wir fahren! Ja, ich hab doch gesagt, wir fahren. Wir fahren! Ich hab gesagt, wir setzen... Will ich... Danke! Du... Was ist da? Eine... Kiste! Scheiße! Habt nicht zielen können. Ich, ich, du mich auch! Yes! Get it! Palmsamen kann ich momentan noch nicht einpflanzen. Das ist schade. Okay, so. Okay. Du willst einen Bogen, Mighty? Wäre, glaube ich, mal so eine Idee... Ich muss erst mal was essen. Warte mal. Sorry, aber eine Lager habe ich jetzt schon komplett mit Samen belegt. Ähm... Übrigens eine... Oh ja, ich brauche mal eine von diesen... Das waren auch immer alles hinten, ne? Ich, das Watermelon. So, Annie. Watermelon. Hier. Bau dir daraus einen... Bogen. Bogen. Möchtest du auch eine Watermelon? Nee, danke. Watermelon. Ich kann nichts dazu sagen, wie das aussieht. Oh, ist tot. Stech ihn ab! Stech ihn ab! Stech ihn ab, die Sau! Mein... Mein... Mein Haar... Mein Speer ist kaputt. Was? Hm. Sie ist positiv. Du kannst sie jetzt... Hängematte besser fürs Wiederleben geeignet. Die kriegt mein Leben zurück. Es geht mir gerade darum, einfach eine Hängematte zu haben. Ähm... Dafür brauchst du... Alter! Die Möwen-Kombo! Ja, ja. Deshalb will ich jetzt gerade unbedingt einen Bogen. Da. Ich brauche Bolzen. Ich brauche noch einen Bolzen dafür. Fuck. Echt? Und dir fehlt noch einer? Ja, zwei in Polzen braucht man. Ah, shit. Ich dachte, das würde reichen. So, das ist... Das ist schlechtes Wasser. Äh, apropos Wasser. Moment, lass mich erst mal das Wasser hier hinwegnehmen. Genau. Okay, bau die mal... Bau die mal weg. Äh... X. Und X. Und nun erstaune von meiner Technologie, Bitch. Aha. Check this shit out. So, und jetzt kriegen wir da einfach mal eine ganze Flasche voll oder wie mit. Probably. Guck mal, wie oft ich nachfüllen muss, bis der Tank zum Dingsen voll ist. Das ist jetzt ein voller Tank und das, äh... Macht sich jetzt. Dann ist gut. Dann haben wir jetzt keine Nachfüllprobleme mehr. Also Wasserprobleme haben sich gerade gelöst. Äh... Was muss man oben in den Dingens denn einfüllen, damit man daraus jetzt Glibber kriegt? Äh, Seetank. Das hab ich nicht. Asim, du hast doch den Glibber. Du hast doch genug Glibber für den Bogen. Ja, ja. Ich wollte nur einfach schon mal was nachfüllen, damit du hier, äh, weitermachen kannst, weil das war gerade fertig. Ne, also was die Schmelze angeht, da gucke ich schon immer, dass wir da alles drin haben. Okay. Das Problem ist... Ich glaube, Lehm kann man da nicht reinpacken, oder? Ihr braucht ein größeres Fuß. Ich bin dafür. Oder einen zweiten Stock. Ne, wir müssen, glaube ich, echt mal ein bisschen in die Breite gehen. Holzboden, Fundamentrüstung, Metallbaron, ja, ne. Metall haben wir noch nicht. Dafür haben wir noch nicht mal Metall gefunden. So. Genau. Aber das Ding gefällt mir irgendwie nicht, aber wir lassen es jetzt einfach mal hier. Du blödes Mistkack! Du blödes Mistkack! Ich dachte, ich hab blöde Beschimpfungen für Sachen. Du Kack! Kack! Du Kack-Kack! Ähm. Das Problem ist, hätten wir irgendwie Eisenerz, könnten wir, ähm, das ganze Problem lösen. Okay, das können wir nicht. Gut, das heißt, der Ofen ist jetzt gerade erstmal wenig sinnvoll. Mit Süßwasser füllen. Ist das jetzt schon? Oh, Tatsache! Ja. Das ist ja geil. Äh, trinken, Flüssigkeit einfüllen. Muss ich dich gießen, oder ist das schon gegossen? Wie geht's noch? Hast du jetzt echt eine volle Flasche da rausgekriegt? Jo. Komplett voll. Das muss ich nur nochmal nachfüllen, damit ich das auch... What the fuck? Alter, ist das Blutmode, oder was ist hier los? Oh Gott. Der Vampir-High kommt. Er hat noch mehr Zähne. Oh shit, boy. Hm. Ich hab Lust, noch ein bisschen zu erweitern. Ich weiß schon nicht. Joa, warum nicht? Shark. Oh, hallo, na? Street Sharks. Nur Netze müssen wir auch wieder weiterbauen, ne? Ja, ich bin da gerade dabei. Da. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht die nächste... Ne, Moment, wir machen. Na, wir können die Netze ja wieder abnehmen und neu bauen und hast du nicht gesehen. Kann man so eine Foundation auch wegmachen? Oh, meine Maus ist tot. Warte mal. Oh nein. Ups. Ups. Und reloaded. Fug. Da hab ich außersehen ein Netz kaputt gemacht. Okay, das mit dem Boden abbauen, das muss ich nur lernen. Ähm... Sammelnetz. Wow, man kriegt echt eine gesamte Wasserpulle voll damit. Nagel. Alter, wie praktisch. Da macht man denn nochmal Nägel mit Schrott. So, was brauche ich jetzt noch dafür? Sammelnetze. Hast du nur zwei Planken? Zwei Planken? Zwei Planken? Doch. Shadow müsste es eigentlich echt die gesamte Zeit mal nur um Hamburger Deal machen. Dialekt machen unbedingt, ey. Müsste ich das? Ja. Sammelnetz. Achso, ich kann... Ah, ich mach das immer so. Oh, okay. Sammeln doch nicht. So, das kann man ja auch mal kaputt. Oh, vielleicht hab ich sowas auch trotzdem kaputt hat er es gemacht. Ja. Ähm. Ach, kann ich die... Moment. Wenn ich das jetzt entfernen drücke, dann kriege ich das ja wieder rein, ne? Tut, 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 tut. So. Äh, Behälter. Nee, Kiste. Da muss ich noch mal ne Kiste gemacht. Wieso geht denn da nicht? Ist ja doof. Ich will das daneben. Nicht? Oh. Guck mal, ne Melone. Guck mal, scher du ne Melone. Guck mal. Guck mal, ne Melone. Guck mal, ne Melone. Das ist ne Melone. Das ist ne Melone. Melone. Das ist ne Melone. Zumindest brauche ich gerade dringend dieses Essen. Das Problem ist immer, ich hab zwar ne Flasche, womit ich, äh, wo ich denn gutes Wasser drin hab, aber ich kann dann nicht nachfüllen. Ach, ich kann das schon ernten. Ernten, 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 ernten. Ähm. Machen wir das schon ernten. Blätter, ich mach mal hier Schleim rein und Rope und das hier. Netze können nicht an anderen Netzen platziert werden, nur an Fundamenten, leider. So hab ich jetzt den Chat gewechselt. Äh, ja, wie gesagt, sorry, wenn ich, äh, wirklich extrem selten gerade auf den Chat achte. Äh, da kommt das Netz, da kommt ein Netz. So, Netz, voll gut. Ähm. Die kannst du echt ernten, die Wassermelonen. Schleim. Nice. Eine Wassermelone, kann ich die auch wieder einpflanzen, oder kann ich die nur essen? Nee, da brauchst du wirklich Samen für, damit du das kannst. Oh, sad life, bro. Ähm. Kann man die nicht vielleicht einfach vermehren? Ich mein, jeder weiß, in einer Wassermelone sind Kerne drin. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich. Oh, ich hab noch rohes, rohes Haifleisch. Hat, ist der gerade noch? Wollen wir sonst noch einen breiter gehen? Ich hab doch schon zwei gebreitert. Ich hab auf jeder Seite. Wollen wir sonst noch einen, oder? Meinst du, das geht nicht? Ich mein, wir können, wir können langsam an, wir können jetzt mal die Theorie probieren, von wegen zweites Floß nebenan, nebenanfliegen fließen lassen. Ah. Wie das, wie das funktioniert. Okay, weiter. Ich mach doch ein Petamaran. Ich brauch, ich brauch Plastik. Scheiße. Ich brauch Plastik, Scheiße. Gas, Plastik, Scheiße. Hier in der Eingeste ist noch was. Hier in der, in der letzten hier. Gas, was ist ja Scheiße. Du, ah, ich hab gerade keinen, äh... Stech ihn ab! Ich stech ihn ab! Jetzt haben wir auch wieder ein Stechi. Ein Stechi? Äh, meins. Ähm. Dass das nicht gefangen wurde. Wir wischt, wir treiben gerade irgendwie, ist die ein bisschen schief. Ja, das ist manchmal so. Ich fühle mich gerade wie die Dodus aus, äh, Ice Age. Das ist gerade irgendwie, ich... Irgendwie würde mehr Sinn machen, wenn wir hier jetzt ein paar Netze haben, als... Das ist doch kacke, dass man immer wieder seine Netze neu ausrichten muss. Es sei denn, man macht's wie ich und macht, äh, rundherum Netze. Ja, keine Idee. Dann ist es scheißegal, in welche Richtung du tuckerst. Und was ist, wenn er euch ein Segel macht? Könnt ihr da nicht die Richtung bestimmen, wohin ihr tuckerst? Ja, die Richtung, in die wir schwimmen, aber... Ich finde die Beschreibung vom Stein gerade toll schwer. So, guck mal, das reicht doch schon. Sonst, ich geh mal hier hin und dann trenn mal ab. Hm. Die Fundamente kann ich nicht, äh, so mit X wegmachen, ne? Die muss ich wirklich zerstören, ne? Ja, ja. Okay. So, jetzt... Ich meine, noch schwimmt es gleich? Ey, du bist doch... So, jetzt... Also, es treibt auf jeden Fall nicht ab, so wie es aussieht. Wir kriegen es raus, warte mal. Ach, das schon. Ich paddel mal ein bisschen. Und? Nö, es schwimmt genau nebenan. Wir können uns also jeder eine eigene Floßinsel bauen, könnte man sagen. Und auf einer ist jetzt gerade schon alles, was man irgendwo zum Leben braucht? Ja, ja, klar. Wir können uns ja, äh, wir können ja... Die Mitte ist praktisch, äh, unser Lebensbedarf. Ach so. Und an der Seite können wir, können wir jeder unser eigenes Haus bauen. Ah, Minecraft-Style. Ja, das wäre doch wahr. Jetzt ist nur die Frage, was passiert, wenn der mit dem Schiff wo aneckt an der Insel. Nee, also, das wäre ja schon passiert, wenn, äh, wo Shadow jetzt gerade ein bisschen versucht hat, woanders hinzugudern mit dem Hauptfloß. Sonst jetzt mit der nächsten Aktion werden wir es rauskriegen, warte mal. Ja, wahrscheinlich ist die Engine auch gar nicht darauf ausgelegt, dass sie das berechnet. Oh, da ist noch ein... Oh mein Gott. Man könnte auf jeden Fall mehr... Ach komm, den hatte ich. Man müsste so lange Flügel dran machen mit ganz vielen Netzen. Kacke. Das Ganze zählt trotzdem wie ein Floß. Das ist cool. Cookie Times. Cookie, willkommen beim Stream. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo. Noch ein Cookie. Bup, bup. Ja. Kekse an die Macht. Ja, aber wird scheinbar alles als ein Floß gezählt. Wir können also das super, ultra breite Floß schlechthin bauen. Und jetzt, ach so, jetzt machst du hier mal deine Aktion. Genau, damit wir hier, wenn wir hier anliegen, weil ich sehe, alles mögliche an Goodies. Ich habe einen größeren Grill oder so, kann man auch machen, oder? Ja, einen größeren Grill können wir bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gelernt haben. Warte, ich esse mal ein Haifleisch. Wahrscheinlich brauchen wir, ja, wir brauchen Metallbahn. So, das andere Haifleisch packe ich dir mal in, 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 hier in. Ich hoffe ja, dass ich hier, sonst warte mal, ich gucke mal, weil es wäre krass. Ich fange schon wieder 10.000 Sätze an. Wenn ich hier einen Haiköder machen könnte und dann hier unten irgendwo Eisenerz finden würde. Ach, Mangos kann ich auch nicht einpflanzen. Die sind auch einfach zum Essen da. Nee, da gibt es Mangokerne, also Mangosaat für. Ach, Mann. Go. Warum macht ihr denn hier so einen Scheiß? Ein Buntbarsch. Nee. Also du hältst jetzt hier erstmal an, ja? Ja. Gut, dann geh ich mal auf das Floß, was daneben uns fliegt. Weil ich werde jetzt versuchen, Haiköder, äh, zusammen zu angeln. Okay, Hering, perfekt. Und jetzt brauche ich noch einen Barsch. Dann können wir nämlich einen Haiköder zusammenknüppeln. Und dann werde ich mal ein bisschen weiter tauchen und hoffen, dass ich da irgendwo Metall finde. Weil wenn wir Metall haben, dann sind wir auf dem, äh, auf dem guten Dampfer. Oh, Bolzen, ich kann mir endlich ein Ding ins Bauen. Einen Bogen? Ja. Okay. Also ich könnte tauchen gehen. Vor allem, ich würde es geil finden, wenn wir einen größeren Dings haben. Einen größeren Grill. Der ist nämlich echt praktisch. So, ich werde nochmal... Kann ich da mit gießen oder kann ich nur mit dem Becher gießen? Nee, kann ich sogar. Nee, das kannst du auch so. Okay, gut. Nee, das wollte ich nur... Ach, scheiße, ich habe jetzt ein bisschen was verschwendet. Eine... Hast du gepütchert? Ja, ich hätte noch ein, ähm... eine Sache einpflanzen sollen. Äh, Kartoffel... Kartoffkies. Ich bin ja ganz ehrlich, das große Ding ist ja schon geil, aber man kriegt so wenig große Sachen, die man anpflanzen kann momentan. Da wäre, glaube ich, ein zweites Kleines eigentlich super besser. Aber momentan... Also wenn du mir helfen möchtest mit einem Haken gerade da unten, das wäre, glaube ich, auch super effizient. Geil wäre es gewesen, wenn wir... Also was? Ja, das ist ja gar nicht so tragbar ist. Mit einem Haken baust du da unter Wasser halt ab. Lass mich mal kurz mein Inventar ein bisschen noch... Also kriegen wir aus dem Haiköder nämlich das Maximum raus. Äh, lass mich eben mal den Bogen herstellen. Nee, dafür brauche ich noch einmal Glibbermasse. Äh, da hatte ich doch hier reingeschmissen. Hier, da, viermal ist noch hier. Ich kann nur nicht an die Kiste reingeschmissen. Achso, okay. So, dann habe ich nämlich schon mal den... Aber ich brauche trotzdem, denke ich mal, Pfeile. Naja, ich brauche Pfeile. Ja, ich weiß gar nicht, was Pfeile denn brauchen tun. Hm... Das ist auch alles voll. Dann machen wir hier noch den rein. Ich mach mal im Inventar. Für die größere, äh, Dings mal irgendwie, die größere Kiste. Ach, gibt's noch größere Behälter? Ja, gibt es. Kann man sich später machen. Ich habe übrigens den Haikopf. Ähm... Dann verbrauchen wir Scharniere. Hab ich. Oh. Dann müssen wir Scharniere einmal lernen. Sag doch doch, ich dachte, das hältst du schon. Nö. Wo soll ich denn Scharniere herkriegen? So. Kann ich das jetzt schon? Scharniere, Scharniere, Wurf, Anker, Segel. Was ist eigentlich mit Segel? Sind wir denn schneller? Ist, nö, ist wie ein Ruder. Nur... Ach so, wo? Manuell. Also halt automatisch. Nur schöner halt. Nur schöner, ja. Genau. Ähm... So, wo ist es jetzt? Einfaches Bett, Schmelze, Wallagertruhen. Seil, Schrott und Planken brauche ich. Genau. Planke. Seil kann ich hier raus machen. Schrott. Ups. FedEx. Ich glaube, ich brauche Schrott. Ich finde das echt geil, dass das denn so nebendran jetzt schwimmt. Wieso? Erinnert mich echt so an die Gummischäffe, an das Mini-Gummischäffe. Mh, ähm... Das Seil kann ich mir bauen. So, herstellen. So, wo möchtest du denn die Kiste hinhaben? Bau irgendwo, wo es... Wo willst du die denn hinhaben? Du, sag doch mal. Du, sag mal. Pack mal... Oder pack mal sonst irgendwo hin, wo sie nicht stört, würde ich sagen. Das Problem ist... Pack sie mal hier vor. Genau, ja. Weil hier haben wir auch unsere Netze. Das heißt, alles mögliche kann man dann hier reinschmeißen. Äh, Moment. Äh, äh... Erfro. Bis zu Hype of Kingdom Hearts 3. Relativ wenig, to be honest. Da bin ich lieber der Ansprechpartner. Oh, boah, ist das ein Platz. Ui. So, können wir sonst wieder's da dunkeln? Äh, ja, wir können. Okay. Oder sollen wir... Oh, ich hab Hunger. Moment, ich hab Durst. Äh... Schlupf und schlupf und jetzt können wir. Ich hab Durst. Okay. Jetzt können wir. Okay, let's go. Flop. Also, ich geh mal... Ich geh möglichst tief. Ich such nach den Herzen halt. Versuch du mal den Rest irgendwie... Also, der so relativ weit da oben ist, zu mongeln. Und mein Sauerstoff? Achso, wird da angezeigt. Okay. Wenn du Leertaste drückst, gehst du wieder automatisch nach oben. Okay. Oh, ich hab ein Versteck unter Wasser gefunden. Ich muss mal kurz meine... mein Saatgut retten. So. Oh, hauaha. Ah, so. Das sind zwei verschiedene. Okay. Oh, bingo. Da ist Erz. Ich hab Erz gefunden. Könnt ihr schon groß? Echt? Wir haben gerade die größere Kiste gebaut. Wahrscheinlich ist das schon, äh... voll lange im Chat die Nachricht. Und ich hab sie jetzt erst gesehen. Am Verlust. Oh, ich seh dich gerade da vorbeischwimmen. Ja, ich hab Erze gefunden hier. Metall-Erz, perfekt. Ich bin da... Ich bin voll hier drin in diesem Spiel. Es tut mir so leid immer noch, dass ich nicht oft auf den Chat kochte. Es tut mir so leid, dass ich Spaß habe. Es tut mir so leid, dass ich so voll immersed bin. Oh, voll. Ich bin voll immersiert hier. Ich brauch echt irgendwann mal so ein... Dings. Bei deinem Hype ist es schön, ignoriert zu werden. Wenn ihr das so seht. Wenn du das so sehst, dann ist das ja... Diese Algen? Wie mach ich denn die Algen ab? Die kannst du dir einfach greifen. Die haben so eine gewisse Stelle. Oh, fuck. Du hast Spaß. Das ist verboten. Okay, Hackwarten. Alles klar. Nee, Moment. Oder ist das hier nur Deko? Sind die Algen? Manche sind Deko. Sind die das, die ich nehmen kann? Ist der Hai wieder da? Oh, scheiße. Der Hai ist wieder da. Hai ist wieder da? Okay. Au. Ja, Hai ist wieder da. Heino ist wieder da. Ich möchte nur... Ich werde jetzt, glaube ich, gerade zu gierig. Du nennst den Hai echt Heino. Ja, er heißt momentan Heino. Hättet ihn mal Nima Noah genannt. Vielleicht ist er auch wirklich erbost wegen dem Namen Heino. Ja, ich bin tot. Oh, fuck. Oh, Gott. Na toll. Oh, nein. Bitte nicht schon wieder. Aber ich warte auf Rettung. Also... Wo bist du denn? Irgendwo hier unter Wasser. Ich weiß ja nicht. Ja, geil. Aber ich sehe noch nicht mal, wo du bist. Also, das könnte ich... Sorry, aber ich finde dich gar nicht. Ich habe null Ahnung, wo du bist. Also, ich sehe auch nicht mal irgendwie so ein aufkloppenes Symbol oder so, dass ich weiß, wo du bist, aber... Na, ich kann einfach hier warten auf Rettung. Wüsst du nicht mal wie? Ich glaube nicht, dass ich dich retten kann. Bin ich ganz ehrlich? Aus... Er wird ja direkt getriggert, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, ne? Ne? Wo bist du denn? Bist du bei der Insel ganz unten? Ja, bei der Insel. Relativ nah an der Insel. Nahe von diesem Höhlen... Also, von diesem Versteck, sage ich mal. Ich sehe gar nichts. Nee. Oder? Ist hier? Nee. Ist hier was? Bist du versteckt? Du bist gerade vor mir. Ich sehe dich. Oh. Moment. Ich brauche jetzt mal Sauerstoff. Ja. Und da ist der Hai auch schon wieder. Also... Aua. Pass lieber auf dein... Geh lieber an Bord, sonst... Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Wie... Oh, oh. Oh mein Gott. Er rettet mich. Ja, noch sind wir nicht auf dem Boot. Das hat eine gute Frage. Oh mein Gott. Er hat mich ge... Erstmal legen wir dich hier hin. So, jetzt brauche ich ein Bett. Wird hier mit mir gerade gesagt. Ich brauche ein Bett. Ähm. Die Saves und so. Wo haben wir denn hier so ein Bett? Bett, 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 Bett. Ähm. Ich hab das Metall. Einfaches Bett. Planke, Kunststoff, Nagel. Okay. Erstmal hier. So. Ähm. Planke, Kunststoff, Nagel. Planke, Kunststoff, Nagel. Ähm. Oh mein Gott, dass das funktioniert. Planke, Kunststoff, Nagel. Planke, Kunststoff, Nagel. Planke, Kunststoff, Nagel. Ähm. Warum auch immer Nagel mit dem Bett zu tun hat? Na, weiß ich nicht. Planke, Kunststoff, Nagel. Äh. Ich glaube, ich hab momentan einfach nicht genug Plan, um dich zu Resurrecten. Äh. 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 Ich hab ja drei. Ich durchsuche meine Taschen. Kannst du was rausschmeißen? Sonst muss ich den Anker lichten. Wir müssen weiterfahren. Ja, dann lichte den Anker. Ist nicht schlimm. Offenbar gibt's da keine Zeit an, äh, an der Zeit, wo ich sterbe. Aber ich nehm alles wahr, was passiert um mich herum. Ey, aber ohne Scheiß, dieser High, ne? Manchmal ist der so überaggressiv. Weißt du, manchmal interessiert er dich, interessierst du dich, interessiert er dich gar nicht? Und manchmal ist der so aggressiv. Ich hab zwar den Anker gelichtet, aber wir sind gerade halt an diesem Pöller von der Insel. Äh. Ich brauch nen Paddel. Fuck. Ja, warte, das macht sich von der Strömung schon selber. Bist du dir sicher? Weil hier ist nämlich auch noch, äh, wir sind hier, glaub ich, gerade wirklich auf Grund gelaufen und kommen nicht weiter, weil wir hier wirklich diese zwei Pöller nebeneinander haben. Fuck. Äh, ja. Wie geht's dir? Schönes Bein. Äh, ich versuch mein Bestes gerade, dich hier irgendwie zu retten. Aber nicht in den Truhen noch irgendwas. Irgendwie Treibholz in der Nähe. So weit, das mach ich jetzt sogar. Ich schmeiß jetzt alles in die neue Kiste, die wir reingemacht haben, außer das, was ich wirklich brauche. Und, äh, werd jetzt erst mal schwimmen gehen und Planken holen. Obwohl, wenn ich sterbe, ist es auch kacke, ne? Musst du gucken mit dem Hai, also. Wir sind nix in der Nähe. Gar nichts. Ähm, ich kann, wir bewegen uns? Nein, nicht wirklich. Schön liegt Repton, warte, ich brauch noch Planken. Ja, ich, ich, ich brauch, muss ein Bett bauen, damit er sich wiederbelebt. Aber wir sind leider gerade hier zwischen diesen beiden Felsen und ist gerade kacke. Aber ich sehe die Wellen, wie sie sich bewegen. Du hast, du hast auch gerade nichts, äh, nichts im Inventar, ne? Wow. Du hast gerade nichts im Inventar, oder? Ich hab einiges in meinem Inventar. Und ich kann es aber nicht rausnehmen. Ich hab fetten Loot, also. Hast du ne Planke? Kannst du den Planken rausschmeißen? Ich kann nichts machen. Ach, ist das scheiße. Ich hab ein Paddel. Und ich hab ein Paddel. Wo kann ich denn ein Paddel bauen? Wo ist ein Paddel? Segel. Aber auch Planken. Äh. Planke, Fundament abreißen. Wäre ne Idee. Stimmt. Woran ich gestorben bin? Einem überaggressiven Hai. Okay. Zack, zack, zack. Dann warst du halt ein Hai-Happen. Hai-Happen, muhaha. Ohne Scheiß, das Vieh ist plötzlich so aggressiv gewesen. Also. Äh, dann, dann... Du hast ihn auch bestimmt zehnmal in die Nase gestochen. Hab ich gar nicht. Aber ich sag dir eins, ich bring die Sau um. Äh. Ihr saved gerade Shadows Leben. Ja. Ähm. Wo war das nochmal? Fuck, wo war das jetzt nochmal? Das Bett. Das Interessante ist, meine Durst- und Hungeranzeige geht immer noch weiter runter. Ja, geil. Okay, ich brauch noch zwei mehr Planken. Ja, ich auch. Äh. Ich bin gerade auch am Verdursten. Äch. Ja, same. Ähm. Versuchst du etwa zweimal zu sterben? Fuck, und hier, wir haben auch gerade nichts mehr an Wasser. Ähm. 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 Kann sein, dass du mich gleich wieder verlegen musst, weil ich hier gerade am Hunger und Durst totsterbe. Nein, das wirst du nicht, warte. Auf einmal bin ich wieder fit, was zur Hölle. So, das wird nicht lange dauern, dann ist das wieder da. Du kannst die Kartoffeln essen hier, die fertig sind. Oh. Oh, und dafür haben wir den geilsten Loot jetzt. Ja, ich brauch aber dringend was zu trinken, also. Ja, das ist sofort fertig. Also, ich hab wirklich super low. Ich seh schon, wir hängen hier echt zwischen dieser Scheiße fest. Ja, das meinte ich halt. Wir haben uns ge... So, Alter, wie ist das denn? Du willst es wahrscheinlich beißen? Nein, willst du nicht? Okay, warte, ich seh mal zu, dass wir wieder auf Kurs kommen. Also, kann sein, dass ich gleich umkippe, wegen Dehydrierung. Ja, das Wasser müsste ja gleich fertig sein. Ja, hoffe ich. Ich steh schon hier auf Anschlag. Direkt... Oh, ich lebe! Scheiße. Ey, ich hab jetzt echt nicht den Nerv dafür, du Drecksteil. Blöd, Mann. So, das wieder hier rein. Das wieder hier rein. Oh, wir bewegen uns. Ich hab gerade gesehen, dass wir uns ein bisschen bewegen haben. Ich hab jetzt langsam... Okay, ich muss heftiger paddeln. Segel bauen. Ne, Segel bringt uns gar nichts. Ja doch, Segel... Wenn, wenn, damit, äh, damit wir beide nicht ein Paddel brauchen. Damit wir uns noch ein bisschen bewegen. Bewegen wir uns von den Dingern weg? Ein bisschen, ja. Ich paddel so brutal, wie ich kann. Noch ein Stück, 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 noch Na, das war ja mal ein Abenteuer. Ui. 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 Prost. Ich hab zwar nichts drin, aber Prost. Prost. So, kannst du bei dir ja auch nochmal voll machen dann. Ich füll erstmal hier wieder auf. Übrigens, eine komplette Flasche ist hier drin. Also eine komplette Flasche immer hier reinschmeißen und dann ist gut. Naja, das Problem ist, dann ist immer die Flasche von dir selber voll. Und du kannst dann da nicht noch nachfüllen, weil du, naja, you know. Sorry, dass wir jetzt halt hier, ach scheiße, ich muss schon wieder die ganzen Sachen hier abhauen. Weil unsere Netze gerade in einem falschen Strom sind. Moment, ich glaub, wir müssen nochmal ein bisschen wieder zurück zur Müllströmung. Oh ja, wir sind ein bisschen Updraft. Updraft Town. Ne, warte mal. Da kommt, wir kommen gerade. Wobei, ich schiebe uns mal wieder ein bisschen rein. Keine Sorge, Käpt'n, das wollen wir wieder aus. Das sollte passen. Das sieht überhaupt nicht creepy aus, wenn man das hätte. Juhu. Nö. Das ist perfekt. So ist eine gute Strömung, aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen die Netze füllen. Drehen kann ich leider nicht. Ich hab grad gelesen, entwaffene Kartoffel. Ui, ui, ui. Das war ein Abenteuer. Das war wirklich ein Abenteuer. Aber dass man sich gegenseitig tragen kann, irgendwie find ich das cool. Vor allen Dingen, ach, jetzt, das mit dem Bett, das war jetzt gerade, ne. Dreh den Scheiß. Das war aber auch ne Scheißinsel, wo wir waren, also. Ja, doch. Ich hab Hunger. Vor allem, ich fand's ja witzig. Du schmeißt mich ins Bett. Ich werd wiederbelebt dadurch. Und auf einmal hatte ich keinen Hunger mehr. Ach, echt? Das ist ja cool. Ja, irgendwie. Alter. Alter, mit der Wasserbrille. Ja, das war ein Abenteuer. Ja, hier ist der Fall. Schuhe. Alter, dass du mich da unten gefunden hast, ey. Ja, ich hab so deinen Namen. Also, das Problem ist, ich bin von oben runtergetaucht, sodass dein Name halt, du kennst es ja, wenn Namen so angezeigt werden, dass die sich dann so scheiße drehen. Ja. Mit dir. Und genau das war mein Problem. Ich hab deinen Namen so nur halb gesehen. Das war der... Möwen! Ja, das Problem ist, ich brauche immer noch Pfeile. Wie macht man die? Ja, muss ich noch gucken. Müssen wir noch lernen, wa? Äh, Metallspea? Ne, das ist was anderes. Äh, Sauerstoffflasche. Nö. Da verbräuchte... Alter, Sauerstoffflasche ist eigentlich voll leicht zu machen. Da brauchst du einfach nur diese Plastikflasche für und dann ist gut. Hm. Hm. Ich krieg's hin so langsam. Wupp, wupp. Wie macht man Pfeile? Ich hab die vorhin gesehen. Ich glaub, die muss man... Also, ich hab auf jeden Fall gesehen, dass man die erforschen muss für Eisenpfeile. Aber... Eisenpfeile? Wie sieht denn der beste Haken aus? Steinpfeil, da haben wir es doch. Planke, Stein und Kunststoff. Leute, ich kling mich schon mal aus. Ich muss beide ins Bett. Yo. Yo, yo. Naito, Willi. Naito. Also, ich brauch Plankenstein... Plankenstein und Kunststoff. Okay. Stein hab ich. Yes, Metallbahn. Perfekt. Schrott hab ich. Ja. Erforschen. Piss, Ding. Geh weg. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder einiges erforscht. Oh, mir Planken. Das machen wir jetzt. Äh. Kannst du uns noch so... Na wohl, eigentlich passt das so von... Ja, doch. Es passt so. Never mind. So geht so halb so von der Richtung. Was man halt hier noch so findet, das nimmt man so mit. Ähm. Sechs... Ich hab jetzt sechs Pfeile. Also jetzt kann ich Pfeile schießen. Also wenn du... Die nächste Möwe muss also sterben. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass ich treffe. Da ist ne Möwe. Machst du keinen. M. Bei mir hat's immer noch ne... Wow. Alter. Wir ernten mal. Wir ernten mal die Möwe. Vor allem, ich hab auch das Achievement dafür gekriegt. Nice. Nice. Rohrgeflügelschenkel. Oha. Oh, guck mal. Jetzt kriegt man mal ein bisschen Fleisch. Ja, das Problem ist, ich brauche hier gerade... Wollten wir uns nicht um einen größeren Grill kümmern? Ist in Arbeit, Chef. Okay. Also ich hab jetzt das, äh... Das hab ich jetzt geskillt. Ich warte jetzt eigentlich nur noch aufs Metall. Ähm... Hast du nicht nachgefüllt mit dem Wasser? Ich hab doch gesagt, das kann man doch nicht. Nicht so gut zumindest. Du hast doch einen Becher und eine Flasche. Ne, ich hab nur... Achso, doch, ich hab noch einen Becher. Dieser? Sag ich auch. Oder wenn, dann sag mir Bescheid, dann, äh... Mach ich das wohl nächstes Mal. Ähm... 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 Okay. Ich häng fest. Moment, so... Moment. Äh... Okay. Moment. Moment. What the... Oh, warte. Oh. Okay. Ich hab mal kurz den, äh... Erforschungstisch ab... Abgebaut. Also irgendwie ist jetzt grad echt merkwürdig. Irgendwie ist voll der Wurm drin. Oh, guck mal, jetzt steht der auch ein bisschen schöner. Mhm. Oh, Mann, oh, Mann. Ui, 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 ui. Ähm... Genau. Ist das Wasser fertig? Das Wasser ist fertig. Sag mir, dass ich noch nicht aufhöre. Noch ein klein bisschen machen wir, glaube ich, noch. Ja. So. Das macht auch... Das macht leider auch so viel Spaß. Mhm. So, hab ich mein Becherchen noch? Wo ist mein Becherchen? Wo ist mein Becherchen? So. Becherchen. Und quasi Salzwetterfühlen. 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 Becherchen, Becherchen. Becherchen, Becherchen. Becherchen, Becherchen. Ich becher mir einen hier. Leckerlich. Ich becher mich weg. Okay. Weg damit. So, auf den Resten trinke ich mir mal. So. Das ist der Grill frei? Der Grill ist frei. So, der nächste Grill ist für sie frei. Alter, ich sag's dir. Sobald dieser Dings, ne? Okay, jetzt grad nicht, weil... Genau. So, wir haben Friedern. Wir haben auf jeden Fall gleich einen geilen Grill. Die müssen wir aber erst erforschen. Mhm. Bin dabei. Erst erforschen. Ihr braucht mehr Platz auf dem Floß. Äh... Wie pinst du dich? Und ne Hängematte. Jetzt hast du endlich deine Hängematte. Siehste, wär viel besser gewesen, hätte ich den schon viel früher erforscht. Dann in... Die Hängematte. Dann hätte ich dich nämlich in eine wunderschöne Hängematte machen können, anstatt in so ein komisches Makeover-Bett hier. Okay, watch this shit. Einmal Grill für Fortgeschrittener. Wo willst du den hin haben? Äh, bau ihn mal hier in die... Obwohl, Moment, lass mich eben das Bett wegbauen und dann kannst du es da hinbauen, wo das Bett gerade ist. So, in der Rückseite von dem, äh, von dem Tisch hier. Ja, warte. Und da können jetzt bis, da können jetzt bis zu, da können jetzt bis zu drei, äh, Fisch oder... Ui. Lecker. Lecker Welt. Uga, 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 du. Was hast du denn hier gebastelt? Achso, das wird denn Glas? Ne, das ist Metall. Ah. Dafür habe ich mein Leben riskiert. Achso. Übrigens, ein bisschen Erz haben wir hier noch in der Kiste drin, glaube ich. Was? Ja, hier ist noch Metall-Erz in der Kiste drin. Oh. Ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber ich habe es ja irgendwo her gehabt. Ach, dieser Piskirn. Sackgesicht. Ja. Ähm. Oh ja, kann ich gleich noch mehr schmelzen. Ich glaube, ich sollte mal wirklich meinen... Ich packe auch hier mal so Scharniere und sowas rein, ne? Mhm. Und Schrott, was wir auch noch gebrauchen können dann. Also die große Truhe, da packen wir mal alles rein, was irgendwo wertvoll aussieht. Ja. Praktisch ist. So, Schrottzeug. Guck mal, die einfachen rein, Digga, die brauchen wir jetzt ja schon gar nicht mehr. Ach, ich esse jetzt einfach die Melone auf. Tu das. Damit der Innentarplatz da von weg ist. Nom, 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 nom. Ähm. Oh, oh, oh. Die will ich. Die will ich. Ja, und der... So, hm. Hm. Ich weiß nicht, ob wir wirklich ein großes Floß machen sollen oder so. Oder uns jetzt wirklich so diese eigenen Flöße bauen sollen. Weil je breiter wir bauen, desto schwieriger wird es uns aus diesen komischen Sachen rauszumanövrieren, wo wir auch vorhin drin festgesteckt haben. Ja, aber wenn wir halt jeder sein eigenes Ding bauen, ist halt auch so, dann hängen wir nachher auch irgendwo fest. Wir wissen ja nicht, ob diese Lücken nachher, äh, ne? Ich glaube, ich glaube, es wäre echt sinnvoller, wenn wir uns in die Höhe bauen. Mhm. Es wäre, glaube ich, schlauer. Und weniger riskant. Ich schleiche mich mal. Jo. Du schleichst dich auch. Okay. Viel Spaß. Tschüss. Bye, bye. Im Wasser. Jo. Nein. Ich komme da relativ jetzt nah an dieses, äh, Dings ran. Ich schwimme da mal schnell hin. Dein Fisch ist fertig. Ja, kannst du dich, äh, das ist halt ein großes Item, wo du halt mehrfach dran essen kannst, wie die Wassermelone. Ach so. Ja, dreimal sogar. Mensch. Wow, das war ein beschissenes Draft, Alter. Das war richtig bescheiden. Ja, das war richtig bescheiden. Ich will ja nicht sagen beschissen, aber meine Güte, war das beschissen. Baut doch ein Floß wie Shadow nur zweimal mit einer Verbindungsplattform. Das war eigentlich erst so mein Plan. Aber da wir ja eben so schön festhingen. Ja, deshalb bin ich gerade so, weiß nicht, so ein bisschen, ne? Ein anderer Plan. Muss her. Das sieht echt bescheuert aus. Fisch geladen und entsichert. Kannst mal, kannst mal, kannst mal beißen. Boah, geil. Oh ja, ist sogar gar nicht mal schlecht. Willst du den Rest? Oder? Äh, ja doch, dann ist meine Leiste auf jeden Fall komplett voll. Das ist eine ziemlich große Insel und die sieht aus wie die verlassene Bastion aus Wind Waker. No. Ich gucke ja bei euch gerade ja nicht zu. Oh. Das höre ich ständig. Und irgendwie macht man Twitch Dinge. Mach mal, mach mal hier deine, deine Flasche voll, dann kann ich wieder komplett, äh... Okay. So. Füllen. Hm. Crunchy Kartoffeln. Ähm. Ist jetzt voll? Scheint voll zu sein. Gut. Zack. Fuck. Ich glaube, ich will gerade einfach mehr Netze. Alter, das ist echt eine große Insel. Hm. Vor allem ist da auch wieder so ein Versteck drauf. Hm. Möwe. Welche Playlist habe ich gerade an? Wo, 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 wo. Solche Kino-Playlist an. Alter. Einmal so für euch als Info. Ich streame gerade auch so aus Langeweile nebenbei, wie ich in Photoshop rumderpe. Oh, cool. Müsste Lawrence dich ja eigentlich auch ankündigen, weil, äh, ich hab dich ja auch drin. Hm. Ähm. Ähm. Meneze. Ich will Meneze. Ich brauch mehr Seile und Nägel dafür hin. Seile könnten wir machen. Jetzt hat die Frage, was wollen wir mit den, äh, mit dem anderen Restig-Metall anfangen? Wollen wir uns Bäume pflanzen? Äh, ich hab'n Palmsetzling. Oder? Alter, Metallspeer kostet mal richtig viel Ressourcen, ey. So, ich hab'n paar mehr Netze gebaut. Äh, hab' ich noch irgendwo mehr... Hab' ich irgendwo mal einen Grafik zerlischt? Was? Was? Hör' ich da einen Unterricht? Oh. Hör' ich da einen... Stift, wo ist mein Grafik-Tablet? Wollte gerade sagen, haben wir da einen, äh, einen Untermieter, aber dann war schon das ganze Ding hinweg. Wo ist denn mein Hammer? Hab' ich meinen Hammer verloren? Oder wo ist der? Vielleicht... Ne, warte. Hä? Ne, Hammer geht eigentlich nicht kaputt. Der Moment, wenn man vergisst, dass man eigentlich noch ein Discord ist. Naaah. Bis eben, ich war einkaufen, hab' den Kühlschrank sauber gemacht, ein zweites Mal. Ein zweites Mal? Ja, ich hab' noch Dreck gefunden, der musste weg. Ach du Scheiße. Äh, das kommt davon, wenn man den Kühlschrank ein Jahr lang nicht sauber macht. Naaah. Ja, doch. Äh, Andy? Ah ja, Moment, ich bin hier gerade so ein bisschen am Zimmern. So, was gibt's? Äh, was hältst du davon, wenn wir einen konstanten Anker hätten? Das wär' cool. Ich schreib dir später auf. We have. Wow. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Weißt du, weißt du, was ich toll finde für den Anker? Ja. Wenn wir in der Mitte irgendwie so ein Loch hätten, wo du den dran bauen kannst, und dass wir dann praktisch von der Mitte des Bootes immer... Ja, aber... Ich wüsste ja nicht mal... Alter, how? Wow. Ich mein, du kannst ihn erstmal hier so am Ende... Das Ding ist so groß. Wie groß ist denn das? So, ähm, sag mal so Plankengröße hier so. Äh, drei? Drei? Also es geht auf drei Planken. Das fängt ja bei den Netzen an, geht über eins komplett rüber und dann noch eins. Also bis hier. Ja, du bist genau in der Mitte gerade. Du bist, also, technisch gesehen hast du gerade voll den Anker zwischen den Beinen. Also bis hier. Das sind fünf. Ne, Breite. Also hier fängt er an, sag ich mal, und hört hier auf. Und Breite ist auch fast genauso schlimm. Hm. Dann bau ihn wirklich hier erstmal am Ende. Ich kann ihn nirgendwo bauen. Ist kein Platz. Ne, ist zu groß das Teil. Ne, ich hab aber auch nicht genug Holz gerade. Moment, vielleicht ändert sich das gleich. Weil wenn wir den hier hätten, wär ja echt cool. Genau. Ne? Und glaub ich dann... Ich brauch mehr Planken. Ich brauch mehr Planken. Warte, hab ich ihn noch? Nö. Wir müssen auf jeden Fall ein Dings... Drei Teils... Ach, das Ding ist drei Teils breit und drei Teils hoch. Und das in der Mitte muss frei sein. Ach so. Ach, dreimal drei und ein Loch in der Mitte. Ah. Okay. Dann... Moment. Dann bauen wir das doch... Ach, ich brauch... Ich brauch fucking Holz, ey. Wieso haben wir solche Holzprobleme, ey? Weil ich die ganze Zeit hier am Nächsten bauen... War ja auch mehr so rein, nur so nebenbei. So, Moment. Das kriegen wir alles hin. Ich glaub, deswegen habt ihr Holzprobleme. Da ist der High. Und in der Mitte muss frei sein. Kann man nicht das? Nimm mal das hier weg. Wo ich gerade hinstehe. Das hier eigentlich. Oh, aber das war nur noch 5% High... Äh, Health. Deshalb, das hätte man sowieso reparieren müssen. Reparieren müssen. Mhm. Also mach mal das hier, wo ich jetzt gerade draufstehe. Moment. Leer. Äh. Das kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Weil, könnte ich... Warte mal. Ja, so funktioniert das dann. Dann dengelt das Ding auch so schön. Das dengelt Dengel, das ist so schön. Also, Moment. So wäre es wenigstens... Wenn wir den hier hätten, wäre es symmetrisch. Lieb' dich auch. Lieb' dich auch. Also, du willst es eigentlich hier dran. Musst du nicht hier auch? Also, wenn hier noch ein Loch ist, wäre cool. Ich lieb' dich auch, Micha. Ich lieb' dich auch, Micha von Alex. Meine Axt ist einfach gerade... Hat sich gerade in Wohlgefallen aufgelöst. Ah, ja. Du hast einen eigenen Kerl. Ich weiß. Und dafür brauche ich Planken. Immer Platz für zwei, Alter. Kann... Kannst du das erst nicht erst mal temporär hinbauen? Und ich baue das dann später ab. Und dann vernünftig... Jetzt haben wir alle. Ja. Und sowas hätte ich gerne in der Mitte vom Floß. Wirklich in der absoluten Mitte. Ja, das hatte ich ja vorgehabt. Mhm. Bis sich deine Axt gesagt hat. Ja. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. So. Ich glaube, jetzt habe ich genug, um mir erst mal wieder eine Axt zu bauen. Äh. Oh, habe ich noch einen Bolzen übrig? Dann kann ich mir eine Metall-Axt bauen. Das wäre... Ja, Bolzen habe ich noch. Kunststoff. Warte, kann ich was wieder auf den Grill schmeißen? Ich habe hier die ganze Zeit noch diese Kühner-Keulen im Inventar, die ich gerne auf den Grill geschmissen hätte. Die kühne Keulen. So. Und habe ich noch irgendwas, was ich reinschmeißen könnte? Aua. Was? Schreit der Bauer. Blödes Heimmistviech. Ich trinke mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, der heute schon wieder nicht da ist irgendwie. Ähm. Kannst du... Kannst... Kannst du mal dein Süßwasser auffüllen? Ja, oder? Bevor wir erstmal... Bevor wir das machen, machen wir erstmal den hier. Oh, der ist kaputt. Hast du einen Speer? Weil ich habe hier nämlich gerade einen kaputten Hai, der aber jetzt nicht mehr von mir ausgenommen werden will. Ah. Okay, warte. Ich kann an den Anker lichten. Äh. Ich mach... Jetzt ist er auch kaputt. Ja, verdammt. Alles egal. Lass den Anker, wo er ist. Okay. Weil ich... Meine ganzen Werkzeuge gehen nämlich gerade kaputt. Das war, glaube ich, auch das letzte Mal, dass ich meinen Haken auswerfen konnte. Nee, doch nicht. Ah, aber da ist noch drin. So... Jetzt frage ich mich ja nur, ne? Wenn wir jetzt, äh... Mein Welt speichern geht ja, ne? Aber... Was ich mich jetzt schon die ganze Zeit frage. Wenn wir das Spiel gleich bald schließen, ne? Ja. Behältst du dein Inventar? Ich denke mal. Weil du bist ja hierher gejoint. Im Zweifelsfall werde ich einfach mal alles, äh... In die Truhe dumpen, wenn wir aufhören. Ja. Ist, glaube ich, sicherer. Shadow, mach mal deine Wasserflasche voll, damit ich hier mit Süßwasser wieder, äh... Salzwasser, Süßwasser... Okay. Lass alles. Gut. Mhm. Ich habe auch noch Potatoes, die aussehen wie Brötchen. Das ist halt wirklich so. Das ist halt wirklich so. So, wer... Äh... Es muss sagen, also, wenn du das einmal im Koop spielst, auf einmal geht das alles sehr flink. Ja, ich bin noch gerade ein bisschen überfordert mit den ganzen Sachen. Äh... War ich zu Anfang auch. Ich brauche zwei Schrott. Du mal zwei Schrott. Habe ich mal zwei Schrott. Ich glaube, in der Kiste ist noch Schrott. Schreut, 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 schreut. Warte, 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 warte. Ich habe genau zwei Schrott. Ach, ich habe... Nee, fuck it. Ich habe... Dann gib mir das. Habe ich nämlich jetzt eine super Axt. Eine geile Axt. Super Axt. Echt jetzt? Echt jetzt? Äh... Das war ein Seil. Ähm... Habe ich... Ups. Mein Inventar war voll. Deshalb habe ich das Seil gerade vor mich hingecraftet. Blech, FedEx! So, dann habe ich jetzt den besseren Haken. Der einfach nur länger hält. Der Hackfleisch-hassende ist der Hack auf die Warte. Der Hackfleisch-hackende-hassende Hack. Mh... Können wir dich noch hier draufschmeißen? Oh... Oh, Hähnchenfleisch. Lecker. Oh, Hähnchen. Steht ja in so einer... Weißt du, an so einer brennenden Tonne. Das zeigt einfach an, wir gehen zu stöhnen. Hört bei Kiloweter weit. Mh... Hähnchenfleisch. Geile Sache. Ich kann die schon wieder ernten. Zack. Was ich auch ausprobieren möchte, ist, ob die Welt stehen bleibt. Wow. Wow. Die Welt steht still. Äh, Hackbraten, dankeschön für die Builds. Äh... Hackbraten ist noch da. Mhm. Bei mir ist gerade super ruhig, aber es ist verständlich. Wieso kommt gerade die ultra-creepige Musik? Ah ne, jetzt kommt wieder die ganz normale Musik. Okay. Ja, Moment. So. Genau. Ähm... Kleines Lager. Das packe ich mal wieder auch hier hin. Ist das so spät? Oh, das ist falsch rum. So. Ja, ich mein, an sich, es guckt wahrscheinlich kaum noch einer zu jetzt zu der späten Stunde. Mhm. Aber, wenn man sich so... Wenn man auf einmal so im Spiel ist, dann ist das einem irgendwo Wurst. Ich hab da vor... Ich bin ja halt... Ja, ja. Ich bin so super-hype auf dieses Spiel, es ist unglaublich. Ich habe zwei Zuschauer. Ich bin auch grad glücklich. Ähm, Shadow, möchtest du ein Hähnchenschenkel? Ich hab nur ein Hähnchenschenkel. Ja. Ja. Okay, dann esse ich die jetzt. Alter, wie das... Das sah so doof aus. Na ja. Weil, ähm... Alex, ich... Mach... Ich streame gerade, wie ich Bilder bearbeite. Yay. So. Hm... Ich bin also nicht aktiv im Chat, ja. Also, ich hab noch elf Zuschauer... Äh, Shadow. Also, es scheint doch noch Leute da zu sein. Ich hab gerade noch... 27, also. Ganz normal. Süße. Süße. Hattest du nicht gesagt, dass du... Äh, dass du später immer so streamen... Äh, ein bisschen später immer so streamen solltest, um einen besseren... Sag ich mal. Ne? Äh... Ja. Deswegen. Na. Möchtest du gerade... Möchtest du gerade mal so dein, äh, dein... Dein Wasser hier? Ich hab noch voll Wasser, also. Ja, dann trink und mach voll, weil, äh, ich... Ja. Um, äh... Neun Uhr rum... Okay. War... War die Final Fantasy Fanfest Tickets zur Verfügung. Nach 20 Punkten waren alle ausverkauft. Wow. Für wann denn? Für wo denn? Äh, in Las Vegas. Oh. In Las Vegas. Oh, da hat jemand gerade gefolgt, die... Die Nuss-Lol. Die Nuss-Lol. Ich war für zwei Stunden in der Wartezeit drin. Und Maho... Mahoni, denk ich mal. Bist du ausgesprochen. Auch dankeschön für den Follow, ihr beiden. Viel lacht. Zwei Stunden war ich drin. Eine Stunde war ich auf Platz eins. Danach hieß es, tut mir leid, Tickets nicht mehr da. Leck mich am Arsch. Du wolltest nach Las Vegas dafür extra? For the first time in forever. In forever. Guten Abend, Angel. Ähm... Lass mir doch einmal den Spaß, wenn ich noch mein Geld habe. Niemals. So... Dann geh ich eben nach Frankreich dahin. So... Eben vor ist Frankreich in Paris nämlich auch in Final Fantasy Fanfest. Aber ich bin gespannt, wann die das wieder in Deutschland wieder machen. Bei mir auch. Niemals. Sag niemals. Sag niemals. Ich bin halt nur gespannt, ob ich überhaupt an der Gamescom von meinem Stand wegkomme dieses Jahr. Niemals. Zur Sicherheit baue ich einfach mal nochmal das Bett wieder hin. Weil... In einer Ansicht, ich will immer noch Hildi Brand machen für die Gamescom. Ich weiß. Aber... Jetzt erzählst du mir schon überall? Ja. Ich weiß. Nee, Alex. Ich weiß. Unsere Gruppe... Unsere Gruppe... Es hieß erst so, nee, Gamescom wird nicht. Und jetzt heißt es auf einmal... Ja, wir müssen es zweiteilen. Fuck. Ich habe das von Karma schon gelesen. Also, wir hatten sowieso vor... Beziehungsweise, da ich ja die Welt speichere, werde ich jetzt mein Zeug nicht ablegen. Ich werde jetzt einfach so alles Mögliche noch verbrauchen. Ja. Um so Netze zu machen oder solche Geschichten. Wobei aber trotzdem, wir haben ja eine Kiste, die ist so gut wie leer, würde ich gerade sagen. Ja, da habe ich gerade ein bisschen was reingedumpt. Äh... Kannst du... Mhm. Obwohl... Haben wir noch genug Scharniere? Müsste ich dann ja bauen. Ich habe hier Eisen. Weil, äh... Habt ihr schon die Magnetprobe gemacht? Dann bauen wir eventuell noch eine... Das brauchst du schon... Ein Scharniere. Ein Scharniere. Ein Scharniere. Ein Scharniere. Ich kam damals in die Gruppe. Und Shadows erste Sache an mich war so... Ja. Und Keks. Dies sind nur zwei Means, die du kennenlernen musst. Denn das sind die Hauptmienste in unserer Konfi. Einmal war... Einmal war es nämlich, äh... Ja. Äh... Ich werde wahrscheinlich daneben das irgendwie packen und dann passt das. So. Ich kann ja gleich vielleicht sogar ein Schild bauen. Oder? Wo haben wir den Schild? Und dein Fahrrad ist super scheiße. Äh... Die richtig schönen alten Memes. Ja. Das war ja... Äh... Also... Dein Fahrrad ist super scheiße. Das ist das YouTube Poop. Aber... Ja. Eigentlich. Das andere ja auch. Was war das erste, was du mir gezeigt hast, als ich hier in die Konfi kam? Und dein Fahrrad ist super scheiße. Hm? Ich muss mir meinen Photoshop mal anders setzen, damit ich den Chat noch sehe. Das ist bis heute auch einer meiner absoluten Lieblings-YouTube Poops. Also von daher... Weil das immer noch, äh... YouTube Poop 1954. So. Den kennst du bestimmt, Shadow. Äh... Glaub schon. Ihr habt uns ins Gesicht gepisst. Angel, das Dosen-Schütteln war was anderes. Das ist kein Meme. Das ist... Zeug. Das ist passiert. Ja. Shadow, ich hab da... Ich hab da jetzt ein Schild auch hingebaut. Möchtest du auch irgendwie ein Schild haben? Ich hab hier noch ein Schild. Die Staff. Ist schon gut. Hä, die Flasche. Ich pack hier einfach die, die wichtigen Sachen rein. So wie die Flasche und, ja. Hm. Ist ja nicht so viel wichtiges Zeug eigentlich. Hm. Hm. Also wolltest du jetzt schon Feierabend machen, oder? Ja, ich würd sagen so langsam. Gut. Dann mach ich nämlich jetzt noch eine wichtige Sache, die mich schon das ganze, äh... das ganze Stream-Projekt hier stört. Aha. Ihr habt nicht genug Lampen? Richtig. Tatsächlich. Er hat eine Lampe gebaut. Der Kerl hat eine Fucke gebaut. Hahaha. Du brauchst mehr Lampen! Uga-Chaka. 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 Das ist eigentlich hauptsächlich die da labern irgendwie gerade. Wenn ich dann aber einen Vorschlag machen dürfte, wir ersetzen... Nee, warte, der Vorschlag geht nicht. Abgelehnt. Halt die Fratze. Nein, abgelehnt. Nee, geht nicht. Okay, gut. Ich dachte, man könnte durch die Netze Wasser holen. Sonst hätte ich gesagt, wir machen da ein Loch rein mit dem Netz, damit wir wenigstens... Da sind übrigens drei Fässer, die gerade auf uns schwimmen. Geil, ne? Kümmer dich mal drum. So, gekümmert. Geil. So. Immer ein geiles Zeug dabei. Oh, der Hai kommt. Gott. Ah, nicht. Okay. Ich brauche wieder einen neuen... Habe ich einen neuen Speer? Ich habe noch gar keinen Speer mehr mehr gebaut. Äh, Speer, Speer, Speer. Oh Gott, Schaka. Oh Gott, Schaka. I can't stop this feeling. Ach so, dafür brauche ich mich teilwarten. Nee, hab ich nicht. Get inside my groin. And restomp the groin. Steinfeil, Planckestein. Ich sag nur Master Ken Shadow. Hm. How to fight a Nazi. Planckestein. Oder how to fight a Russian. Planckestein. Ich will need to punch him. And restomp the groin. Hm. So viel Kunststoff. Also ich denke mal die ganze Zeit... Oh, wir brauchen unbedingt Kunststiftung. Nein, haben wir doch alles. Oder 200 Schläge in einer Sekunde. How to beat a Nazi-Rou. Ich glaube, mein Skript funktioniert nicht. Hm. Ich habe im RPG-Banker gerade versucht, ein neues Item-System zu schreiben. Und plötzlich ist mein Spiel abgeschmiert. Ich glaube, es funktioniert nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann solltest du dir Gedanken machen. Ich glaube, da frage ich doch mal auch an, wie das funktioniert. Oh, oh, oh. Ach, Mann. Ich wollte dich abschießen. Ich brauche die Feder. By the way, ich könnte uns ein Fernglas bauen. Hm, habe gerade gesehen. Nuh, Hallöchen. Ich weiß, bei mir ist es gerade sehr unspektakulär. Ich versuche gerade bei mir irgendwie... Ah, da brauche ich noch eine Menge Stuff. ...mein Bild hier aus... entlang zu malen. Was? Was? Oh, Gottes Willen. Das geht auch nicht. Einmal für die Leute, die bei mir gerade zugucken. Ich will nämlich... Moment. Manche da 30%. Das Bild nämlich einfügen. Atomfisch hostet mich jetzt. Alter, um die späte Stunde? Das hier ist nämlich ein... Background aus Resident Evil Zero. Und ja, Becky halt. Ich versuche jetzt übrigens deinen... oder den... die Sache, die dich so triggert, zu ändern. Dass der Anker in der Mitte ist. Dann haben wir hier einiges am Platz nachher. Was gar nicht mal schlecht ist. I can't stop this... Der Maxi-Gamer auch noch. Was ist denn hier los? Da kommt eigentlich Vivi-Stream. Oh mein Gott. Das müsste Vivi fragen. Die hat sich aber schon aus... Eins, zwei, drei... Ja, die hat sich schon ausgeklingt. Weil die morgen früh aufstehen muss. Nein. Sie hat morgen früh Schicht. Und wir machen auch nicht mehr so lange hier. Sag zu mir. Ich möchte nur noch, ehrlich gesagt, nur noch die eine Sache fertig machen. Hier, nämlich eine Sauerstoffflasche. Damit du länger unter Wasser bleiben kannst. Genau. Und dafür brauche ich jetzt noch... Kann man sich ja nicht groß in den A basteln? Keine Ahnung. Ich sehe gerade, das, was ich vorher habe, funktioniert sowieso nicht. Dafür brauche ich dich mehr Alge. Und da wir keinen Kleber mehr haben... Klaus, Kleber? Oh, oh, oh. Alter, das sieht immer so krass aus, wenn du diesen... Alter. Für die Leute, die bei mir zugucken, wenn ihr eine bessere und eine schnellere Art und Weise habt, wie man Sachen ausschneiden kann, sagt's mir bitte. Okay, jetzt brauche ich allerdings wirklich wieder Pfeile. Pfeile, weil jetzt habe ich nur noch einen und ich brauche mal zwei für eine. Ich kann tagsüber nicht schlafen. Ach, ja. Hast du zwei Steine? Äh, nee, nicht zwei Steine, fünf Steine. Ich habe nur einen. Wow. Äh. Hier. Ja, ich habe... Ach, nee, Moment. Ich sollte erst immer nachgucken, damit ich... Bevor ich hier nicht nach Sachen frage. Sondern eine Planke. Eine Planke. Eine Planke. Die haben wir bestimmt da gleich in diesen Kisten. Nee, sowieso. Die werden sowieso kommen. FedEx. Du, du, du. Achtest hier auf die zwei Kisten, die uns jetzt hier entgegenschwimmen. Komm ich mal. Komm ich mal. Vielleicht. Mal gucken. Heia. 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 Was wirst du vielleicht machen? Heia. Alles klar. Heia. Booster. Das war zumindest mein... Heia ist... Heia ist so ein wunderschönes Kinder... äh... Wort. Ja. Ähm. Lasso funktioniert irgendwie nicht ordentlich bei mir. Warte mal. Dafür können wir jetzt einfach mal zu dem hier gehen. Weil... Oh ja. Ich würde sagen, wir machen hier auf Feierabend so langsam. Na wohl, doch. Könnte ich auch ganz gut mal machen. Könnte ich mal versuchen. Mal später mal. Lass so. Mein Tag fängt gerade erst an. Armes Pottpott. Ey, mein Körper ist immer noch auf den Nachttisch getrimmt, obwohl ich jetzt Urlaub habe. Okay, das passt nicht mehr. Oh. Ähm. Das kann ich ernten. Ja, das möchte ich auf jeden Fall testen, ob man Sachen, während man offline ist, ob die wachsen. Hm. Schätz mal nicht. Na, deshalb teste ich's. So, zack, zack. Äh. Ich packe schon mal mein Zeug weg. Dito? Deshalb, nur sorry, wenn ich jetzt sage, so von wegen ich mache, aber ich mache auch gleich Zeug. Dann mach dir welches. Ich bin alle. Okay. Welt speichern. So, ich speichere mal zweimal. Ich gehe mal zurück zum, also warte mal, ich mache mal Hauptmenü. Ich gehe mal ins Hauptmenü. Ja. Oh, es wird auch bei mir dunkel. Ja, macht ja auch Sinn. Weltladen. Und jetzt habe ich hier, äh, Heidenspaß und ich habe Fischmacktsmeer. Nice. Also, ich sollte beim nächsten Mal, äh, wieder so funktionieren. Neat. Ich versuche mich halt momentan.